Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Ein Mann des Gesetzes kam irgendwo her. Er hatte die Kraft wie ein Wolf und ein Bär und ein Kojote und ein Frosch. Simon, das Land ist uns heilig, auf dem wir heute podcasten werden. Deswegen begrüße ich dich ganz herzlich an diesem herrlichen Dienstag zur 316. Ausgabe unseres kleinen Star Trek Podcasts. Schön, dass du da bist. Sebastian, der Money Tool lächelt vom Marter Pfahl herab. Ja, das ist doch immer das Gesicht, was da oben drauf stecken. Einen wunderschönen guten Tag und auch an euch da draußen herzlich willkommen. Entschuldigung für diesen schlichten Witz, den ich gerade gemacht habe. Mir war aber einfach danach. Ist ja auch eine interessante Folge, die wir heute besprechen. Hallo Sebastian. Schön, dich zu sehen. Ja, und schön auch, dass ihr da draußen eingeschaltet habt und uns jetzt mal wieder zwei Stunden zuhören möchtet. Und Simon, ich kann das entschuldigen, deinen schlechten Witz. Bitte. Weil wir müssen uns ja auch auf das Niveau der Folge jetzt begeben. Zumindest, was die kulturelle Darstellung angeht, muss man sich ja hier so ein bisschen zwingen. Man hat das Gefühl, man liest etwas von viel, viel früher als aus den 90ern. Es ist, als hätte John Ford hier Regie geführt bei dieser Folge, aber es wäre dann besser geworden, glaube ich, wenn John Ford das gemacht hätte. Hätte es einen Subtext gegeben. Den gibt es hier vielleicht auch. Ich bin gespannt. Ja, es ist ein bisschen mehr Bad Seegebärche heute, würde ich sagen. Es ist ein bisschen, und Elsbe. Ich war ja noch in Elsbe. Ich habe diese Story mit dem alten Indianer, der sich als Indianer verkleidet hat. Und da haben wir so eine Pfeife gekauft, so eine Friedenspfeife, meine Eltern. Und ich hatte total Schiss vor diesem alten Indianer. Bis ich dann, als wir die, wir haben die Festspiele dann gesehen. Das ist halt, ich glaube, sogar Pierre Bries hat an dem Abend gespielt. Also der Proto-Deutsch-Indianer schlicht hin, ja, Pierre Bries. Der hat gespielt und abends sind wir auf den Parkplatz zurückgegangen. Und dann kam dieser alte Indianer, der ist auch nach Hause gefahren. Aber hatte die Perücke gar nicht mehr an. Und das hatte dann so ein bisschen den Zauber auch verloren. Der sah dann einfach aus wie so ein, ja, wie so ein Sauerländer halt. Hast du Körschken getroffen am Parkhaus, am Parkplatz Einfahrt? Vielleicht, ich weiß es nicht. Also vielleicht war er da noch tätig, ja, der große, großartige Helmut Körschken. Aber ich kann mich nicht, ich könnte mich nicht entsinnen, Sebastian. Also das ist, aber vielleicht war er da am Einweisen. Kann durchaus sein, ja. Um mal allen kulturellen Gefühlen Rechnung zu tragen. Der Simon hat deswegen gerade Indianer gesagt, weil der Typ, den er da gesehen hat, ein Indianer war und weil die sich in Elsbe und Bad Segeberg Indianer genannt haben und weil auch diese Folge diesen Begriff nennt, obwohl sie im 24. Jahrhundert spielt. Und mein Hirn schwillt, wenn ich daran denke, dass sich Admiral Necheyev und Captain Picard über Indianer unterhalten und nicht über indigene, amerikanische Dingenskirchen. Das ist wieder die alte Geschichte. In den 90ern war man halt noch nicht so sensibel und hat das auch nicht böse gemeint. So, haben sie einfach nicht böse gemeint. Die Folge soll ja die Kultur feiern. Also das ist ja die Intention hier. Das ist ja durchaus eine Folge, die ja für diese Kultur zu Felde zieht, gegen die böse Föderation, möchte ich fast schon sagen. Und von daher geht das, glaube ich. Also ich kann es eh nicht beurteilen. Für mich geht es klar, ich bin aber auch nicht angesprochen. Nee, das ist richtig. Also man könnte ja Tom Jackson fragen, der hier in dieser Folge eine Nebenrolle hat, ist ein kanadischer Volk- und Country-Sänger, aber hat tatsächlich Vorfahren bei den Metis. Ja, das ist so die kanadische, na ja, die haben Beziehungen gehabt zu den ganzen Malizette, Mikmak, Menome und so diese Stimme, die da oben unterwegs waren. Also der hätte sich angesprochen gefühlt, wenn man gesagt hat, hier Indianer, aber er hat sogar mitgespielt. Also ich kann es auch nicht beurteilen. Ich habe immer noch Marlon Brando bei den Oscars. Ja. Schon Jahre davor habe ich vor Augen. Und das ist so für mich so ein kultureller Erweckungsmoment eigentlich gewesen. So ein Wasserscheiden-Moment. Und na ja. Jetzt haben wir aber schon, es tut mir leid, dass ich mit meinem Einstieg quasi schon in die Folge eingestiegen bin, bevor überhaupt mal irgendwas ist. Simon, wie ist es dir? Was hast du so getrieben die letzten Tage? Hast du den Diskurs schon aufgemacht hier? Kann man ja mal machen. Ja. Was habe ich getrieben die letzten Tage? Ich habe mit dir zusammen eine Rückspultaste aufgenommen. Das ist gar nicht so lang her, das war gestern. Da haben wir eine Rückspultaste aufgenommen. Ich habe ein bisschen geschnitten für eine Zauberlaterne. Also das ist ja Wahnsinn, was hier aus der Fabrik alles rauspurzelt und in Produktion ist. Das ist der absolute Hammer. Ich habe einen Film gesehen für die kommende Rückspultaste, die wir noch aufnehmen müssen. Ich habe den sehr gemocht und freue mich schon darauf, darüber mit dir zu sprechen. Und ich habe etwas gelesen. Dazu sage ich aber noch nichts. Das kann ich irgendwann mal erzählen. Ansonsten, wenn es sich anbietet, also wenn du zweimal rülpst, weil wenn du einmal rülpst, dann nicht. Wenn du zweimal rülpst, ja. Und ansonsten ist das eine Woche. Ich freue mich, ich sehe so langsam ein paar freie Tage so hinter dem Horizont, winken die mir so zu. Davon muss ich noch einiges erledigen, ja. Aber wenn ich diesen Berg erklommen habe, dann werde ich mich mal für ein paar Tage zurückziehen in die Berge, ja. Und einfach mal gar nichts machen. Super. Vielleicht durch die Natur laufen. Das hast du dir auch verdient. Es rattert ja auch gerade wirklich bei uns hier. Hammer. Wie eine Fabrik rattert es hier, ja. So ist das, ja. Können wir eigentlich hier enthüllen, wo wir sind? Jetzt in Dortmund oder war das schon? Ja, könnten wir sagen. Interessiert nur keinen mehr. Richtig. Also dann lassen wir es einfach. War schon, ne? War schon längst. Aber das ist schon wieder. Aber Fetcon. Freunde. Fetcon. Wir sind auf der Fetcon. Das hier nochmal als Reminder für euch. Track am Dienstag. Premiere unseres neuen Programms. Ja. Unseres neuen Tourprogramms. Die Tour besteht immer aus einem Auftritt bei der Fetcon. Und einem Zoom und vielleicht noch einem anderen. Vielleicht Zoom, vielleicht noch einen anderen. Mal gucken und sowas. Das müssen wir auch noch vorbereiten. Meine Fresse. Da ist noch, also da ist noch wirklich was zu tun. Deswegen, ich fühle mich gut. Mir geht's gut. Hab ein bisschen was Falsches gegessen heute. Also könnte vielleicht noch lustig werden gleich. Aber ansonsten ist alles super. Ich bin beruhigt. Ich bin beruhigt. Doch leicht angespannt. Aber in positiven Sinne. Und gebe die Frage jetzt endlich mal zurück. Ach ja. Hier ist auch alles ganz gut. Ich hab mir das. Simon lacht sich schreckig. Musikalisch war das wieder. Erste Sahne, Sebastian. Mach weiter. Dein Lachen bringt mich so zum Lachen gerade. Es tut mir leid. Ich kann mich verstecken hinter dem Pop-Schutz. Okay, danke. Pop-Schutz. Ja, nee. Ach, weißt du. Ich hab einfach gerade eine strukturierte Zeit. Sagen wir es mal so. Dadurch, dass wir so viele tolle Sachen im Mai vorhaben, kam mir das mal vor kurzem vor wie so ein Everest. Aber ist es gar nicht. Irgendwie ist das total gut zu bewältigen. Und ich sitze gerade da. Einfach nur, weil ich Struktur da reingebracht habe. Und freue mich. Und die Sachen rattern so vor sich hin. Struktur ist ja so wichtig. Wichtig. Damit man nicht wichtig. Richtig. Ja, richtig und wichtig. Und ich hab mir gesagt, der Walter und die Eskier, die kriegen das hin. Kannst du dich daran noch erinnern? Nee, was war das? Walter und Eskier? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Das war, wie heißt der nochmal? Norbert Walter. Borjans. Ach, Saskia Eskens, die beiden. Ja, richtig. Genau, ja, ja, ja. Norbert Walter-Borjans und Saskia Eskens, die sind ja irgendwie nominiert worden. Und eine Parteikollegin hat dann eine Rede gehalten. Und hat gesagt, ich bin mir sicher, der Walter und die Eskier, die kriegen das hin. Ja, aber das ging, glaube ich, ganz Deutschland so. Da dachte man so, wer ist das denn jetzt? Also Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Davor waren ja irgendwie so diese alten Granden noch unterwegs. Ja, der Gabriel, glaube ich. Oder war das davor? Und der war dann plötzlich weg und dann waren die auf einmal da. Ja. Da dachte man so, ah, Norbert und ... Nee, Walter. Walter und die Eskier. Der Walter ist, glaube ich, aber auch schon wieder weg. Also das ist jetzt nur noch die Eskier. Und der Dingskirchen hier. Wie heißt der nochmal? Ist egal. Komm. Ist ja kein Politik-Podcast, aber ich freue mich. Sonst noch so Dinge erlebt? Wahrscheinlich nicht vor lauter Struktur, oder? Also wenn wir den nächsten Tag ... Was macht der Magen? Der Magen. Der ist doch bei dir heute verstimmt. Denn der Magen ist gut. Deswegen frage ich, ist das vielleicht ... Wir sind ja manchmal synchronisiert, Sebastian, weil wir uns so oft sehen. Das stimmt. Ja, das ist vielleicht noch so ein bisschen ... Also mir blutet ein bisschen das Herz heute, weil das ist der letzte Track am Dienstag, den wir aufnehmen. Ja. Bevor wir eine dreieinhalbwöchige Pause machen. Jetzt denkt ihr alle, was? Track am Dienstag macht Pause? Da kann ich euch sagen, ja. Track am Dienstag macht eine Aufnahmepause. Es gibt keine Dienstagspause. Wir haben vorproduziert, es wird trotz der Dinge, die sich ereignet haben, jeden Dienstag ganz treu ein Track am Dienstag erscheinen. Natürlich. Bei uns gibt es nicht, der Hund hat aber diese Woche mal die Hausaufgaben gefressen oder die Oma hat schnupfen oder irgendwas. Nein, bei uns gibt es jeden Dienstag einen Track am Dienstag. Und das, obwohl wir jetzt dreieinhalb Wochen trackige Produktionspause haben. Ich glaube, eine Sondersendung nehmen wir noch in zwei Tagen auf. Und dann war es das erst einmal. Und wenn ihr unsere Liefertreue, unsere produzierende, vorausschauende Art, dass wir euch die Dienstage versüßen, wenn uns nicht gerade wie vor kurzem der Hoster mal im Stich lässt. Ja. Aber da konntet ihr trotzdem bei YouTube die Folge hören. Gab's da. Oder auf der Homepage selbst. Das gab's da. Also ausgefallen ist da mal gar nichts. Der RSS-Feed krankte leider an technischen Problemen unseres Hosters. Klammer zu. Wenn ihr unsere Liefertreue jeden Dienstag schätzt und das mal entlohnen möchtet und das noch nicht sowieso schon tut, dann könnt ihr mal gucken auf www.trackamdienstag.de slash unterstützen. Da steht, wie das geht. Und wie gesagt, jeden Dienstag immer für euch mit Liebe und Star Trek am Start. So ist das. Alles, was wir machen, passiert mit Liebe. Das stimmt tatsächlich. Das steht immer im Vordergrund. Ja. Also ansonsten könnten wir auch so viele verrückte Sachen gar nicht machen mit euch. Es ist viel Emotion im Spiel. Ja. Bei uns. Und ein großer Grund dafür, dass seid ihr da draußen. Es ist immer wieder schön, eure Nachrichten zu lesen. Das könnt ihr natürlich machen bei uns im Blog, könnt ihr die hinterlassen. Wir kriegen viele schöne E-Mails von euch. Da passieren ganz viele tolle Dinge so nebenbei, die gar nicht on-air ausgebreitet werden. Und da fühlt man sich dann sehr bescheiden, wenn wir da eure Geschichten hören. Und wir freuen uns sehr darüber, dass wir so vielen von euch da draußen, ja, dass wir euch zum Lachen bringen. Jeden Dienstag. Das ist wirklich das schönste Lob, wie man so schön sagt. Und das meine ich wirklich von Herzen. Toll, dass es euch gibt. Toll, dass wir das für euch machen dürfen. Und mit diesen salbungsvollen Worten leite ich jetzt über zu unserer Folge. Wir haben schon ein bisschen angefangen. Sebastian, lass uns erst mal verraten, wie das Ding überhaupt heißt. Und was es für eine Serie ist. Das ist ja bei Trek am Dienstag, muss man das ja auch mal dazu sagen. Das ist wohl wahr. Also, es ist Star Trek The Next Generation. Es lief am 28. März 1994 in den USA. Und es nannte sich Journey's End. Am 19. Juli dann in den U, äh, in den, am 19. Juli dann in der BRD ausgestrahlt, ja. Am Ende der BRD. Der Reise heißt diese Folge, es ist nicht der Abschluss der siebten Staffel. Das könnte man ja fast meinen, wenn man diesen Titel hört. Es ist aber der Abschluss in The Next Generation von einem Charakter. Der, also in der Serie von The Next Generation, von einem Charakter, der ja durchaus umstritten ist bei euch, bei uns. Ja, wir haben viel drüber gesprochen, über ihn vor allen Dingen zu Beginn unserer TNG-Reise. Hier taucht er dann nochmal auf und sein Arc wird zu einem vorläufigen Ende geführt. Sebastian. Simon. Wer hat... Nein, Wesley, nicht Sebastian. Wesley. Hustley. Im Hustley. Im Wesley. Nein. Im Wesley. Im Wesley sollte die Straße heißen eigentlich. Im Wesley. Das wäre toll. Sebastian, wer hat denn die Story erdacht hier? Ah. Also erstmal nochmal, dass der Wesley mit einer Folge geht, die Journey's End am Ende der Reise heißt, ne? Der ging ja schon mal mit einer Folge, die hieß Final Mission. Er ist als Final endlich bei ihm. Er ist irgendwie so ein Charakter, den kriegst du nicht tot, hat man das Gefühl, ja? Du nennst die Folgen schon so und dann ist das so ein Wiedergänger. Ja, absolut. Ich habe ihn in der zweiten Staffel von Star Trek PK, habe ich ihn ja dann auch nochmal gesehen. Da taucht er ja auch wie aus dem Nichts auf. Für eine kurze... Wie heißt denn die Folge? Hat die auch so einen Verabschiedungstitel vielleicht? Das ist eine spannende Frage, hör mal. Star Trek PK Episode with Wesley Crusher. So, das ist die Folge. Farewell. Also, der Wesley ist ein bisschen so wie so eine Rockband, die seit 20 Jahren auf Abschiedstournee ist. Kann das sein? Ja. Das ist... Wesley ist der Wolfgang Petry von Star Trek. Final Mission, Journey's End und Farewell heißt. Glaubt uns, das haben wir nicht vorbereitet jetzt. Das kam völlig spontan und es macht mich geradezu nicht fertig. Jetzt kann es nur schön werden heute, Simon. Jetzt, wo wir das wissen, kann es nur wunderschön werden. Es kann nur wunderschön werden. Ich habe ja alles durcheinander gebracht. Meine ganzen Notizen musste ich erst mal gerade wieder herholen. Ja, die Story, ich beantworte das jetzt hier. Der Praktikantin Antonia Napoli oder Napoli und Michaels Sohn, Sean Piller und von Sean Piller, dem Sohnemann von Michael Piller. Michaels Sohn hat der Sebastian hier ins Dossier geschrieben, herrlich. Michaels Sohn habe ich eigentlich geschrieben. Michael Sohn. Michael Sohn, ja, oder ja, gut. Drehbuch vom Ronald McMurr und es ist die erste Folge, die wir hier heute haben, von einem vierepisodigen Hark von etwas, was wir in den kommenden Monaten besprechen werden. Etwas, was von langer Hand konzertiert geplant wurde, um die Serie Voyager vorzubereiten, die ihr in etwa einem halben Jahr hier bei Trek am Dienstag auch hören werdet. Und diese vier Episoden bilden das erste und letzte waschechte Crossover zweier parallel laufende Serien zu Berman Zeiten. TNG übergibt den Staffelstab an Deep Space Nine und am Ende wieder zurück zu TNG. Einer der vielen Gründe dafür, dass wir bei Trek am Dienstag Star Trek in Ausstrahlungsreihenfolge besprechen und eben nicht erstmal komplett Next Generation, dann komplett Deep Space Nine. Weil es ganz wichtig ist, wie diese Folgen ineinander verwoben sind. Das ist nicht ganz wichtig. Also so stark ist der Bezug jetzt nicht. Aber es ist schon faszinierend zu sehen, wie das angelegt wurde. Und bei der deutschen Erstausstrahlung hat das damals überhaupt gar keinen Sinn ergeben, weil da dann irgendwann mal ein Name fiel, bevor man den kannte. Da kommen wir dann aber in den Folgen dazu, wo sich das verdichtet. Ja, da werden wir euch noch mehr erzählen. Das ist ja wie gesagt der erste, dieses Vierer-Arcs hier nur. Der erste Teil. Es gab im Grunde so einen Mini-Prolog, dieses Vierer-Arcs schon. Den haben wir in Deep Space Nine gehört. Das war einfach nur eine Erwähnung. Und zwar in der Deep Space Nine Episode Whispers, also O'Briens Identität. Das ist das, wo der Doppelgänger, dieser Roboter, dieser Milster-Roboter, der Faker quasi, ja, da an Bord kommt. Da hören wir den Begriff Demilitarized Zone, also entmilitarisierte Zone. Und das spielt schon darauf an, was hier jetzt aufgemacht wird in Journey's End. Das hören wir da, wo der O'Brien, der die Logbücher studiert, um herauszufinden, warum die alle so komisch sind zu ihm, weil er ja nicht der echte O'Brien ist. Das weiß er natürlich nicht. Tolle Folge, Whispers. Hört euch unsere Besprechung an, falls noch nicht getan. Ein bisschen komisch ist es, dass da schon von der DMZ die Rede ist, weil das ist im Serienuniversum sieben Wochen zuvor. Und hier wird die DMZ als Ergebnis von Verhandlungen überhaupt erst mal vorgestellt. Also der O'Brien hatte auch Logbücher gehört, wo er die, naja, gut. Hätte er gar nicht hören dürfen eigentlich, ne? Oder vielleicht waren die auch fiktiv, die Logbücher, um ihn zu verwirren, den O'Brien. Und man hat da schon so in den ganzen Diplomaten-Szene, in der Diplomaten-Milieu, hat man es schon munkeln hören, worauf das Ganze hinausläuft. Wir wissen es nicht. Jedenfalls hier das erste Mal, wo das Ganze ausgebreitet wird. Und damit starten wir auch in die Folge. Und es kündigen sich zwei Charaktere an. Beide kennen wir. Der eine ist eben Wesley Crusher. Der kommt von der Akademie nach Hause auf Urlaub. Und wenn man Urlaub macht von der Akademie, dann geht man Muttern besuchen. Muttern ist auf der Enterprise. Also kommt Wesley zurück. Zum anderen aber, Admiral Necheyev wird hier eine Rolle spielen. Sie hat einen Spezialauftrag für unseren Jean. Aber bevor wir dazu kommen, erst mal die Rückkehr des Wesley Crusher. Jawohl. Ja, der ist jetzt wieder da, Sebastian. Der ist bei Muttern in der Kajüte und die unterhalten sich jetzt. Da steigen wir bitte ein. Zweiter Versuch. Ja, das war gerade einfach. Ich musste an meinem Audio, an meinem Audio-Schnittstelle, musste ich hantieren. Und deswegen habe ich einfach mal gedacht, dem Simon fällt das bestimmt nicht auf, wenn du ihm einfach beipflichtest. Und scheiße, es fällt ihm doch auf. Es ist mir nur nicht nicht aufgefallen, sondern ich habe es auch noch zum Thema gemacht hier im Podcast. Um professioneller geht es kaum. Jetzt aber. Ja, ich nehme mich jetzt. Ich halte mich jetzt. Ich halte mich jetzt an. Nein, ach bitte. Nein, ich finde das ja gut. Das ist ja schön, wenn es mal menschelt. Und menscheln tut es jetzt auch. Tut es ja nie bei uns. Bei den Crusher im Quartier. Ja, eben. Menscheln tut es jetzt auch bei den Crushers im Quartier. Hier bitte, sagt Beverly, dein eigenes Quartier auf der Enterprise. Schön, dass du da bist, mein Sohn. Es ist weit weg von meinem Quartier. Und du bist ja jetzt auch schon so alt. Du willst ja bestimmt nicht mit deiner ollen Mama dann da. Und dann machen sie auch so Witze. Ich besuche dich dann im Altenheim für Sternenflotten Doktorinnen und Doktoren. Und es ist wie eh und je, Simon. Es gnarzt zwischen den beiden. Die haben keine Chemie. Die hauen sich die merkwürdigsten Plattitüden um die Ohren. Und es fällt mir jetzt umso heftiger auf, wo ich doch in den letzten Monaten den Ben und den Jake erleben durfte. Bei einer Mutter-Tochter-Beziehung, die irgendwie natürlicher ist als dieses total awkwarde Zeug, was man sieht immer bei den beiden hier. Also wenn die Serie uns sagen wollte, dass Beverly's und Wesleys Beziehung sehr angespannt ist, Gratulation. Ja. Es ist euch gelungen. Wesley wirkt schon in dieser ersten Sekunde total unsympathisch. Also unsympathischer denn je mit diesem Altersheimspruch. Und Beverly wirkt total überfordert damit. Ja, also auch unsympathisch. Also oberflächlich, glaube ich, ist ein guter Begriff. Also die Beziehung der beiden ist schon sehr, sehr oberflächlich. Und es müsste, und dass da Ressentiments sind, Jack Crusher ist gestorben und so weiter und so fort. Dann dieser Genius in Wesley, der ihn vielleicht so ein bisschen komplizierter macht. Dann ist ja alles schön und gut. Aber auch das spürt man ja nicht. Es ist total awkward. Das ist wie wenn, ich weiß auch nicht, wenn die beiden sich die Hand geben wollten. Ja, und der eine. Der andere macht, setzt so Umarmung an. Setzt so Umarmung an und dann geht die Umarmung in die Hand und dann dreht sie es. Genau so wirkt das, wenn die miteinander reden. Und das ist, ja, also Wesley ist einfach, also der meiste Heat kriegt Wesley von mir ab. Er soll ja auch ein bisschen unsympathisch sein in der Folge und distanziert. Aber es ist einfach, ja, unsympathisch. Unsympath. Sie haben ihm ja jetzt hier ins Triebuch reingeschrieben, dass er eine Depression hat. Und er trägt das so richtig nach außen, indem er lustlos und müde und abgespannt und aggro ist. Und das, das kann man natürlich so spielen. Und das ist auch, wenn man erzählen möchte, dass der Charakter eine depressive Episode gerade durchlebt, ist das, finde ich, sogar zulässig und gar nicht mal so unrealistisch. Aber wenn es die letzte Folge von einem Charakter ist und man dem einen warmen, sympathischen Abschied bescheren möchte, ist das ein bisschen das Problem, wenn du denkst, jetzt kommt da so ein Arsch. Weißt du? Das stimmt, ja. Es ist einfach nicht so versöhnlich. Aber Sebastian, mal gucken, wie das weitergeht. Tut sich ja einiges, ne? Tür geht auf, ja. Tür geht auf. Und das Duo Infernale kommt hereinspaziert. Data und Geordi freuen sich natürlich, ihren alten Weggefährten da mal wieder zu sehen. Wesley, gib mir fünf. Schön, dass du da bist. Aber auch da ist er natürlich auf Abstand. Ja, hi, sagt er. Ja, nee, sag doch mal, machen sie auch so Gags, wie irgendwie, hier ist ein entkommener Kadett oder so. Haha, sagt Wesley. Wie ist es auf der Akademie? Super, schön, jetzt mal Pause zu haben. Es kommt dann auch nochmal so die Frage, willst du nicht mal wieder bei uns vorbeikommen im Maschinenraum? Wir sind am Fuckeln. Das hast du doch auch mal so gerne gemacht. Schön rumgefuckelt. Und er so, ja, vielleicht habe ich Zeit. Danke, tschüss. Data und Geordi gehen. Mama verabschiedet sich auch nochmal genauso awkward, wie die ganze Szene war. Und dann setzt sich ein Schatten eines Wesleys auf das Bett und atmet schwer. Sieht sehr verloren aus, wie er auf dem Bett sitzt und einfach unglücklich. Vorspann. Vorspann. Nach dem Vorspann schalten wir in die Observation Lounge, dieses Besprechungszimmer. Der Crew und der alte Schiff hat dick aufgefahren, ja. Es gibt, also das Tischlein ist gedeckt. Es gibt, und Sebastian, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, Gray, Wasserkresse-Sandwiches und bularianische Canapies. Ich liebe das immer, wenn die da so Sachen auffahren. Finde ich toll. Sehr britische Kombi irgendwie, ne? Ja. Den Wasserkresse-Sandwiches. Wäre auch schön, wenn er, weißt du, das ist halt eine Chayef. Ansonsten hätte er vielleicht so einen Teller, so einen Mettigel dahingestellt und diese Käsepika da, wo so eine Weintraube drin ist, ja. Stell dir vor, da würde so ein Mettigel stehen. Wie deplatziert das wirken würde, ne? Herrlich. Super, oder? So diese kleinen furztrockenen Frikadellen, die es immer auf diesen Buffets gibt. Kennst du das? Die schmecken, als wenn ein trockenes Brot beißt. Ja, genau sowas. Das wäre schön gewesen, aber die Nechayef, die kommt ja nicht aus dem Ruhrgebiet. Wo sowas dann schön, aber, ne? Ja, warum steht das denn da? Unterhält man sich mit dem Bill? Also der Chef und der Bill unterhalten sich? Ja, war ja immer nicht so einfach mit der Nechayef. Deswegen habe ich deren Personal Assistant angerufen und herausgefunden, was sie denn gerne schnubbelt. Und das sind genau diese Sachen. Und deswegen habe ich hier mal aufgefahren, ja. Ja, die bullarianischen Kanapés vor allen Dingen. Was er kriegt, Sandwiches. Und Örgell steht, glaube ich, wegen dem Jean da. Ja. Weil ich glaube, der mag diese Kanapés nicht, diese komischen. Aber du hast recht, er will, dass die Nechayef sich willkommen fühlt, ne? Um das einfach zu normalisieren, diese Beziehung, die ja schon von diversen Spitzen gezeichnet war. Nechayef ist ja auch ein streitbarer Charakter. Ich glaube, wir sehen sie auch in DS9 nochmal. Noch zweimal mindestens. Noch zweimal sogar. Und ist auch einer von diesen, in Klammern nehme ich das Bad jetzt mal, ja. Vor allem nach dieser Folge. Von diesen Bad Mirals, die man nicht wieder vergisst. Also dies, merkst du dir, hat ein starkes Auftreten, super Rolle, finde ich. Ja, sie ist auch immer eine weibliche Sternenflotten-Mitarbeiterin gewesen, die es sehr gut verstanden hat, unsere sonst so selbstsicheren Jungs ein bisschen mal auf Trab zu halten. Und das finde ich eigentlich immer gut. Und sagen wir es mal so, die aktuell laufende PK-Serie hat jetzt noch eine Folge Zeit, um das zu tun, was sie mit den weiblichen Sternenflotten-Angestellten tut, die den Jungs schon mal eine unbequeme Zeit gemacht haben. Ich rede von Roe und Shelby. Mit Nechayef ist das jetzt noch nicht passiert, aber wie gesagt, die zehnte Folge kommt ja noch und es ist noch nicht aller Tage Abend. Meinst du, dass Nechayef dann noch zum Abschluss freigegeben wird, ja? Ja, womöglich. Im Finale. Sie kommt an, will erst mal direkt zur Sache kommen, ignoriert auch das Täfelchen da des Käpt'ns. Bleibt da mal stehen. Sagt dann, sind das bulerianische Kanapes? Ja, genau. Da wird sie dann gleich ein bisschen freundlicher. Bedankt sich auch beim Käpt'n, das ist sehr, sehr aufmerksam. Kommt aber trotzdem direkt zum Punkt, Sebastian. Wir haben es schon erwähnt, es geht um eine Demitere. Ja, DMZ. Es geht um die DMZ. Aber die Käse-Sandwiches führen wenigstens dazu, dass die Diskussion jetzt schon mal im Sitzen und zugewandt und mit einem aufrichtigen Lächeln geführt wird. Auch wenn man sich nicht einig ist. Exakt. Das ist doch schon mal was Schönes, ne? Ja. Und sie sagt, ach so, pass auf, mit den Kadassianern hat ja lange genug gedauert. Sagt sie, nachdem die Temperatur im Raum 10 Grad Celsius hochgegangen ist, hat ja lange gedauert. Und wir mussten so ein paar Konzessionen hier machen. Und jetzt müssen wir da mal drüber sprechen, denn da hängt jetzt für euch eine Mission dran, mein lieber Jean-Luc. Diese Verhandlungen haben ganze drei Jahre gedauert, erwähnt sie auch noch. Also das ist nicht mal eben was, was man in der Woche so beschlossen hat. Ist also ein richtig großes Ding, was dahinter steht. Und der Punkt ist, man hat sich geeinigt, wo die Grenze verläuft zwischen Föderationsgebiet und Kadassianern. Jetzt gibt es aber zwischen diesen beiden Grenzen eben eine Demitrali, eine DMC. Das ist doch nicht möglich. Eine DMC. Und da dürfen weder Schiffe rein von beiden Seiten, also Kriegsschiffe oder so oder bewaffnete Schiffe. Es dürfen dort aber auch keine besiedelten Außenposten sein, also keine strategischen Außenpostenkolonien und dergleichen. Das trifft sowohl auf Föderationskolonien zu, als auch auf Kadassianer Kolonien. Sebastian, du bist eingefroren, glaube ich. Da, jetzt bewegt sich wieder was. Ich habe dir gebannt zugehört, einfach nur. So, ja, das Internet ist gerade irgendwie, irgendwie haben die Server hier, kommt alles zusammen heute wieder. Spannend, also du bist für mich flüssig wie, ja, weiß ich nicht, wie. Wie Wachs. Wie heißes Wachs. Du bist heißes Wachs in meinen Händen heute, Simon. Ja, also, ihr könnt euch das schon denken, das wird Stress geben. Hat die Katze gekackt? Warte mal, ich muss mal eben gucken, vielleicht hat die Katze gekackt. Eine dieser Folgen. Kerlo, Kiste. Einen Moment, bitte. Ja, ja, mach mal. Mach mal. Tu, was du tun musst. Da ist er wieder. Da ist er wieder, der Sebastian, der muss. Also, wir waren stehen geblieben beim Abkommen nach diesem Intermezzo. Und klar, es gibt Kolonien, die sehen das natürlich überhaupt nicht ein, da einfach wegzugehen. Die haben ja schließlich da jahrelang alles aufgebaut. Und eine dieser Kolonien, das ist die Kolonie von Dorwan 5. Und da muss der PK hin und das Problem lösen, weil die eine Cheyev hat keinen Bock. Genau, die hat keinen Bock. Die schickt schön den Jean vor, dass er sich unbeliebt macht. Den alten Diplomaten, ja, genau. Den alten, den alten Monopolisten schickt sie vor. Ja, äh, was ist denn da? Dorwan 5, da haben doch Nordamerikanische, und jetzt sagt er es, Indianer sich niedergelassen auf Dorwan 5 vor etwa 20 Jahren. Ja, 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 sagt der Cheyev, stimmt, völlig richtig, ja. Kann ich Ihnen nur wieder gratulieren zu Ihrem hervorragenden Gedächtnis, lieber Herr Kapitän. Ähm, aber was wollen Sie mir damit sagen, dass Sie das jetzt so herausstellen? Er will damit sagen, dass diese nordamerikanischen Indianer, wie sie hier genannt werden, die sind halt, ja, nachdem sie schon ein, ja, ein Genozid hinter sich hatten, nämlich von den Leuten, die dann nach Amerika gekommen sind und dachten, das gehört jetzt alles uns. Und ihr Ureinwohner habt ihr überhaupt nichts mehr zu melden, sind die dann desillusioniert gewesen und haben die Technik, die ihnen das dann erlaubt hat, dazu genutzt, die Erde zu verlassen, um sich irgendwo eine neue Bleibe zu suchen im All, dort eine Kolonie aufzubauen und im Einklang mit ihrer Kultur dort zu leben. So, wenn jetzt die Sternflotte wieder dahin kommt und sagt, ihr müsst das hier alles aufgeben und zurücklassen, weil wir haben hinter eurem Rücken da so einen Deal gemacht mit den Kardasianern, dann riecht das natürlich schon gewaltig nach dem, was damals passiert ist, ne. Also die Leute einfach vertreiben von dem Land, auf dem sie leben oder Jahrtausende gelebt haben. Ja. Hat ein Geschmäckle, das will der PK sagen, hat ein dickes Geschmäckle. Richtig. Das Einzige, was hier und auch später in den Verhandlungen niemals vorgebracht wird, ist, dass das nicht wie vor 200 Jahren oder vor 400 Jahren oder was auch immer ein Genozid ist, um sich an denen zu bereichern und an ihrem Land, sondern dass das eine Einigung ist, die den Frieden wahren soll. Und dass man denen nicht irgendwelchen Scheiß gibt oder die sich in irgendwelche Reservate verziehen müssen, die viel kleiner sind als das, sondern dass sie wahrscheinlich was Gleichwertiges bekommen, ne. Also eigentlich stellen wir uns ja auch hier jetzt wieder die Frage, an der auch bereits rund um Weihnachten bei uns die Deep Space Nine Episode Sanctuary durchaus scheiterte, nämlich man wird denen schon mit Respekt und einer guten Alternative begegnen, ja. Und man wird die auch nicht ihrer Kultur beraubend wollen. Das ist richtig, ja. Gut, für PK ist es halt deswegen ein Problem, weil er hier an das historische Vorbild denkt, ne. Ja, ja. Also sind ja schon mal vertrieben worden. Das war beim Malibok. Naja, im Grunde aber auch die Story, ne. Der hat sich halt da zurückgezogen auf diesen Mond, weil es ja zu Hause auch nicht schön war. Ne, also es ist schon durchaus vergleichbar hier. Aber hier ist das Ganze irgendwie noch ein bisschen angespannter, wird uns das so dargestellt, ne. Also, dass der Jean-Luc sich jetzt fühlt wie seine Vorfahren damals, die dann da hinkamen und die Indianer vertrieben haben. Ja, ja. Die Ureinwohner. Hallo, hier spricht der Sebastian aus der Zukunft, der gerade am Schnitt dieser Folge sitzt und dem erst dabei aufgefallen ist, wie herrlich Simon und ich gerade aneinander vorbeigeredet haben. Ich bin eben angekommen mit Sanctuary, das Auge des Universums, also die Hanik und ihre Leute, die durchs Wurmloch kamen und dachten, Bajor wäre Kentana. Und Simon dachte an Malibok und seinen Mond aus der Folge Progress. Und weil das beides so schön passt, lasse ich das natürlich in der Folge drin. Aber ihr sollt nicht meinen, dass es mir nicht aufgefallen ist. Und jetzt zurück in die Vergangenheit, in die Folge Journey's End. Vielleicht ist er auch deswegen noch so angespannt, weil die ganze Sache mit dieser Umsiedlung von den Leuten von Worfs Stiefbruder Nikolai auch so ein Gehänge und so ein Gewürge war. Ja, da haben sie sich ja auch nicht mit rumbekleckert. Das stimmt, ja. Ja, was ich damit auch eigentlich sagen möchte ist, liebe Star Trek, in dieser Produktionsstaffel gebt ihr mir für meinen Geschmack viel zu viele Storys, wo irgendwelche Dörfer umziehen müssen. Ja. Oder irgendwelche Leute. Es reicht jetzt langsam mal, ja. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich tatsächlich auch so. Weißt du, es ist auch ein bisschen konstruiert, dass es halt ausgerechnet die amerikanischen Ureinwohner sind, die da auf dieser Kolonie sind, die ausgerechnet in der demilitarisierten Zone unterwegs sind. Ja, das kann man machen. Es ist halt ein bisschen plump. Ja, klar. Also jetzt nicht Genozid natürlich, aber du musst sie dann da gewaltsam entfernen. Weil das Ding ist durch, Jean-Luc, da wird auch nicht mehr groß diskutiert. Das Ding ist durch. Was sie auch sagt und was auch für mich dieser ganzen Nummer von uralter Kultur so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt, ist, die sind da vor 20 Jahren hingezogen. Das ist nicht so lang. Das ist nicht so lang. Da können die kulturellen Wurzeln, die sagen natürlich hinterher, ja, ja, wir haben da, der Koyote hat uns das erzählt. Ja, ich will mich da auch nicht so drüber lustig machen, wie ich das jetzt mache, aber in solchen Klischees spricht die Folge halt, ne. Es sind halt 20 Jahre, ja. Ja. Es ist, ja. Ich sehe das kritisch alles, was die Folge mit uns, von uns und mit uns will. Ich sehe das auch kritisch, denn das Argument von Nitscheyev ist ja eigentlich auch ein gutes, ne. Also klar, was ist die Alternative? Die Alternative wäre jetzt, weiß ich nicht, wir einigen uns nicht mit den Kadasianern und es kommt zum Krieg. Ja. Sie sagt ja auch hier, es ist for the greater good, ja. Und deswegen ist es natürlich eine ganz schwierige, schwierige Ausgangslage. Muss man gut diskutieren. Was mich halt so ein bisschen auch stört an diesem Narrativ ist, weißt du, wenn man da vorher hingegangen und hätte gesagt, pass auf, folgendes, ja, könnt ihr uns bitte helfen? Könnt ihr uns bitte helfen? Also so vorher, ne, bevor man die Unterschrift drunter setzt, wäre vielleicht auch anders gelaufen. Aber die werden ja jetzt konfrontiert einfach mit dem Ergebnis. Macht das jetzt einfach so. Ja, ja, ein Repräsentant von denen war ja wohl auch bei den Verhandlungen vom Konsil mit dabei, aber das wurde dann einfach abgelehnt. Achso, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also wussten sie es schon eigentlich. Ja, ja, das sagt sie dann auch. Wobei ich auch sehe, dass niemand kompromissbereit ist in dieser Folge. Es existiert einfach keine Kompromissbereitschaft. Und das ist für mich auch irgendwie so eine Anti-Star-Trek-Aussage. Das stimmt, ja. Wenn Kompromisse immer abgelehnt werden, ja, dann weiß ich auch nicht, wo die Reise hingehen soll. Dann kann das nur so enden, wie es endet, ne? Also der Genre kann eigentlich nur verlieren. Ja. Das ist hier die Ausgangslage. Apo verlieren. Jetzt sind wir noch mal kurz bei Wesley. Der hat furchtbare Freizeitklamotten an. Ganz schlimm sieht es aus. Wir gehen erst mal in eine Delete-Zene mit dem Wesley. Achso, ja stimmt, die Delete-Zene, siehst du mal. Guck mal, alles hier mit diesem Internet und so. Ja, Delete-Zene mit Wesley. Was passiert da, Sebastian? Pass auf, Wesley liegt im Bett, wälzt sich in seinem Schlafanzug. Ding Dong, der Jean kommt rein. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass du noch schläfst. Um elf. Wesley sagt, ja, verpennt. Und entschuldigt sich so halbherzig. Lässt sich einen schwarzen Kaffee raus. Das soll dann auch, das ist auch so inszeniert in dieser Delete-Zene. Der Wesley, der ist jetzt ein Rebell. Der trinkt jetzt schwarzen Kaffee, ja. Nicht mehr so wie früher, wo er sich morgens noch einen Kakao gezogen hat und Frohtlobst dann, nee. Der ist jetzt ein erwachsener, depressiver Mann, der schwarzen Kaffee trinkt. Das ist alles so ein bisschen Panne. Panne, ja. Aber gut, wie geht es weiter in der Delete-Zene, Simon? Jean will einfach eine nette Konversation führen und sagt, hör mal, wie geht es eigentlich dem Boothby? Wir erinnern uns, Boothby, das war dieser Hausmeister in der Sternenflottenakademie und so eine Art Magical Hausmeister. Ja, also der hatte für jeden ein offenes Ohr und so weiter und so fort und hat ja den Wesley miterzogen bei seinem Fauxpas, den er sich da geleistet hat, ja. Und Wesley sagt, ach, der alte Boothby, den habe ich schon lange nicht mehr besucht und der nervt, vielleicht mit seinen klugen Ratschlägen andauernd und der Jean ist halt, was ist denn jetzt los? Naja gut, dann willkommen an Bord und geht. Sebastian, Wesley ist in der Pubertät. Endlich, endlich, würde ich an Beverlys Stelle sagen. Der Junge ist endlich in der Pubertät. Lang genug hat es gedauert. Wir machen uns jetzt so darüber lustig. Ja. Ich hatte auch mal eine rebellische Phase in der 13. Klasse und nicht vorher. Du warst doch vorstelle in der Pubertät, Sebastian. Ja, aber war ganz angepasst und brav und habe meine Schulaufgaben gemacht und habe keinen Unfug und das kam dann eher so in der 13. Okay, habe ich ja gar nicht so mitgekriegt eigentlich. Also das pubertäre Verhalten, ja. Habe ich gar nicht so mitgekriegt, nee. Ich fand dich immer umgänglich. Aber gut. Ich dachte, jetzt komm, ich fand dich immer völlig daneben, du. Aber gut. Also die Liete ziehen, aber ohne die Liete ziehen sind wir auch bei Wesley und der marschiert auf das Maschinendeck. Da trägt er furchtbare Freizeitklamotten und ja, der kommt bei Geordi vorbei und dann gucken sich so Mikrofusionsrelais an und nerden halt rum über Warpfeel, Stresstests und all diese Sachen. Und der Geordi ist total wie immer, der wird sagen, ey, Wesley, guck mal, was ich hier gebaut habe, da ist so ein Ding drin, toll. Und dann sagt der Wesley, da muss auch ein zweites Ding rein. Das sagt mein Professor. Mein Professor sagt, da muss ein zweites Ding rein. Das wird hier nicht funktionieren. Bist du doof oder was? Das muss alles mal überholt werden. Und überhaupt, das ist hier alles veraltet, der Quatsch, den du hier hast. Also der Wesley spricht in solchen Klischees, aber auch der Geordi spricht in solchen Klischees, weil er spricht von diesem neuen Ding, was er da eingebaut hat. Er sagt auch so Sachen wie, er entblödet sich nicht, einen Satz auszusprechen wie, this little baby will withstand over 500 Cochranes. Dieses kleine Baby hält, oh Gott, oh Gott, das ist, so sprechen sie über ihre Motoren. Diese kleine Süße hier, würde er auf Deutsch wahrscheinlich sagen. Diese kleine Süße hier hat 500 PS. Das Schätzchen hier hat ganz schön Dampf unter der Haube. Sie bekleckern sich beide nicht mit Ruhm, das ist tatsächlich so. Aber im Gegensatz zum Jean, in der Deleted Scene sagt der Geordi, sag mal, deine Attitüde ist ganz schön assi, mein Freund, ja. Also, was erlauben, Wesley, was ist denn mit dir los? Du hast dich ja komplett verändert, also ich habe jetzt keine Lust mehr mit dir zu reden. Tschüss! Ja, Wesley ist halt Anti. Wesley ist Anti. Währenddessen ist die Enterprise bei Dorwan 5 angekommen und trifft sich jetzt im konsilianischen Raum auf Dorwan 5 mit den Häuptlingen dort. Und Simon, da sitzt ja der Ned Romero. Und letzte Woche hatten wir die Deep Space Nine Episode Blood Oath, der Blutschwur und hatten drei Original Series Klingonen Darsteller und jetzt haben wir hier den vierten. Ach, wirklich? Denn Ned Romero, den wir hier sehen, der Anthwara, der spielte in der Episode A Private Little War, der erste Krieg, den Original Series Klingonen Krell. Der hatte jetzt nicht so eine große Rolle wie die anderen drei, die wir letzte Woche gesehen haben, aber irgendwie haben sie gerade ein Nest aufgetan, hat man das Gefühl, ja. Überall kommen diese Alt-Klingonen-Darsteller jetzt vor. Ja, interessant, vielleicht hat man den gefunden, ja. Als man die anderen Klingonen gesucht hat, ach, guck mal er hier, den casten wir für diese Indianer-Episode, die wir machen. Ja. Also man sitzt da bei Tisch, ist so ein Ratsisch, du hast es ja schon gesagt und PK sagt dann nochmal, jetzt müssen wir mal darüber reden. Aber der Anthwara, der sagt, nee, wir wollen hier nicht weg. Wir haben 200 Jahre lang gesucht nach dieser Heimat, haben sie jetzt gefunden und bleiben jetzt hier. Und diese Sache mit neuem Zuhause, das ist zwar eine schöne Sache in deinem Kopf, Jean-Luc, aber, und jetzt kommt das nämlich, es gibt immaterielle Kriterien, warum wir hier sind. Also dieses Spirituelle der Kultur im Grunde, da hat man ganz, ganz viele Feuerchen angezündet und hat ganz, ganz viel meditiert und ist jetzt auf dem Punkt hier, dass that's the place, das ist der Ort und wir wollen hier nicht weg. Und das ist jetzt wieder genau das Ding, Bajor ist Kentana. Genau diese Diskussion haben wir schon mal durchexerziert vor ein paar Monaten mit den Skria, mit der Maria Barth, die da die größte Comedian war auf Skria Prime. Und wie hieß sie nochmal? Hannik, Hannik hieß sie. Hannik, Hannik. Nicht Hannuk, das ist wieder was anderes, kommt auch vor in der Folge. Kommt auch vor, ja, aber jetzt sind wir ja hier bei dieser gleichen Diskussion, Simon. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal aufmachen sollten. Nee. Oder einfach sagen, es hat uns schon Ende 2022 nicht überzeugt. Ja. Also, wie geht's dir jetzt? Geht mir genauso. Ich verstehe, was die uns sagen wollen mit dieser Folge und man hat auch Mitgefühl und Verständnis für den Anthwara, warum der so reagiert. Aber sein Case ist nicht stark genug, wenn du überlegst, was dagegen auf dem Spiel steht. So. Und du sagst es richtig, wir diskutieren ausführlich darüber bis ins kleinste Detail. Und wenn ihr das hören möchtet, dann hört euch doch diese Folge an. Mit der Hannuk, Hannaka. Nein, die DS9-Folge halt. Wie heißt sie gleich? Sanctuary. Das Auge des Universums. Das Auge des Universums. Findet ihr auftritt am Dienstag.de. Einfach reinhören und da reden wir dann lang und breit drüber. Im Grunde dieselbe Story. Ja, gut, aber hier ist es jetzt halt so, wir kamen ja an und uns haben willkommen geheißen, die Berge, die Flüsse und der Himmel und der Kojote. Und das macht es für mich echt schwierig, Simon. Da werden die Indigenen nicht nur so dargestellt, dass sie so sind wie die Haneg, sondern die stützen sich auch auf so richtige Winnetou-Klischees, um das jetzt uns zu erzählen. Und das ist auch einfach nicht gut. Finde ich, dass sie, ja, sie werden als irrational dargestellt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ja. Und man versucht hier im Grunde, dass, also dieser furchtbare Genozid, der wirklich passiert ist in den Vereinigten Staaten, den versucht man jetzt so ein bisschen zu instrumentalisieren mit dieser, ja, also, sorry, das, ja, mit dieser Winnetou-Story, ne, also mit diesem klischee-triefenden Kram. Und das funktioniert für mich auch nicht. Das ist mir zu banal, die Geschichte, die hier erzählt wird, irgendwie, ne. Ja, also funktioniert nicht so richtig für mich, ne. Ja. Ich weiß, dass das überhaupt nicht böse gemeint ist von denen und ich weiß auch, was sie sagen wollen, aber ich finde es auch eher ungeschickt. Es wirft halt kein gutes Licht auf den Affara und seine Genossen da. Wenn man wenigstens die inszenatorischen Mittel nützen würde, um das ein bisschen besser zu machen. Stattdessen macht man es ja sogar noch schlimmer, denn was haben wir die ganze Folge über Jay Chataway an der Panflöte. Ah ja, diese Panflöte. Ich habe es später in meinen Notizen stehen, da ist mir auch Zahnschmerzen gekriegt. Da sind wir wirklich bei diesen Leuten, die in der Fußgängerzone stehen und dann da irgendwie auf der Panflöte machen. Und das ist einfach, das wird auch einfach dem, was man hier versucht zu erzählen, nicht respektvoll gerecht. Es ist nicht schön. Nein. Aber dann vertagen wir uns jetzt erstmal. Ich freue mich schon auf Jay Chataway. Diana ist übrigens auch dabei bei diesen Verhandlungen. Es sind ja keine wirklichen Verhandlungen, also der Picard konfrontiert die ja einfach. So ist es entschieden. Aber er möchte sie immer noch überzeugen. Deswegen werden alle auf die Enterprise zum Abendessen eingeladen. So, da soll es dann weitergehen. Und jetzt schalten wir wieder zum Wesley. Wesley. Wesley, in den Hustley. Ins Bauhaus. In den Wesley-Stadt. In den Hustley. Entschuldigung. Oh, zum Glück fällt uns das jetzt erst bei der letzten Folge ein. Das wäre nicht gut geendet. Ich glaube ihr auch nicht. Ja, also, pass auf. Die Muttern kommt an und sagt, was muss ich hören? Du bist hier total scheiße drauf überall und ranzst auch noch den Geordi an. Lass mich in Ruhe. Du musst mir gar nicht sagen, was ich tun soll. Aber die Regeln, die Regeln, nee, interessiert mich nicht. Ich möchte mich nicht mehr anpassen. Ich möchte mein eigenes Ding durchziehen. Lässt sie stehen. Und die beiden gehen im Streit auseinander. Endlich mache ich die Emotionen zwischen Beverly Crusher und Wesley Crusher. Nur keine herzlichen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Empfangenszenen vorne, Stühle beiseite geräumt und so, Buffet aufgebaut. Und der PK spricht mit dem Anthwara so ein bisschen. Ja, nochmal von früher. Man hat die Heimat verlassen, die Sicherheit, das Vertraute. Und PK sagt, ja, es gibt aber auch Zeiten, da gibt es halt den großen, der große Zweck, ja, der, for the greater good, muss man das irgendwie machen und musst du doch verstehen. Anthwara sagt aber auch gleich, ich sehe sie und ich möchte sie besser verstehen. Ich will was über ihre Familie wissen, denn ich will was, ich will Bescheid wissen über meinen Widersacher. Ja, also der macht, der macht eigentlich diese Diskussion von Widersacher überhaupt erst auf. Der PK sagt, lass uns doch mal irgendeine Lösung finden, lass uns mal gucken. Und der, 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 Anthwara fängt hier von Widersacher an. Dieses ganze Bankett, Simon, das ist das traurigste, wir hatten schon viele Banketts in Ten Forward, aber das ist das traurigste Bankett, was ich jemals in Ten Forward gesehen habe. Weil es nehmen ungefähr sieben Leute teil und die gucken alle, wie die alle gucken, die gucken alle einfach nur wie sieben Tage Regenwetter. Und das ist nicht gut, das ist einfach nicht gut, das ist kein gutes Bankett, was hier gerade stattfindet, Simon. Das ist kein gutes Bankett, man muss aber auch dazu sagen, Sebastian, das natürlich ist ja auch keine gute, also kein guter Anlass. Also es gibt halt einfach Stress und so weiter und, naja, kein guter Anlass. Außerdem ist Wesley auch dazu gekommen, die Temperatur sinkt um mehrere Grad nach unten. Er ist natürlich auch zu spät, ja, sorry, dass ich zu spät bin, weil pubertierender Teenager, da ist er einfach, kommt man zu spät und so. Braucht ja auch mehr Schlaf, muss ja wachsen. Ja, er setzt sich alleine an einen von diesen Tischen bei Ten Forward, diese Leuchtetische und dann spricht ihn jemand an. Und Wesley schleicht sich auch von hinten an ihn an, mit einem Shattervation-Bahnflöten-Riff. Wesley, ja, ich bin La Canta. Hat sich auch so ein Dreamcatcher umgehängt, also bei dem wird auch kein Klischee ausgelassen. Da wird auch gleich dann so gesagt, natürlich, der Typ kommt am Ende der Folge raus, mit dem ist was ganz Besonderes. Trotzdem geht er so in diese Richtung, jetzt kommt hier der Zauber-Indianer. Ja, der Magical Indian, ja. Jetzt kommt hier der Klischee-Zauber-Indianer rein und macht was mit dem Wesley. Und das ist auch wieder von der kulturellen Darstellung her einfach nur. Ja, man denkt an Poltergeist 2 und solche Filme, wo dann halt der Indianer da ist, also der sprichwörtliche Indianer ist dann da und rettet, weil er dann irgendwie mit den Geistern Kontakt aufnehmen kann, ist er derjenige, der da alles rettet am Ende des Tages. So ein Klischee haben wir hier in diesem La Canta. Ich habe schon gesagt, gespielt von Tom Jackson, ein Volkssänger aus Kanada mit uramerikanischen Wurzeln. Und ja, also der ist, ja, der Elsbe auch hätte da stehen können. Nee, hätte er nicht. In Elsbe wäre es ein Sauerländer gewesen. Aber mit denselben Sachen. Er sagt, ich habe, Wesley, ich habe gesprochen mit dem Land, mit den Tieren, mit den Geistern und ich habe dich gesehen. Und diese Dialoge, Simon, diese Dialoge in dieser Folge, der ist fantastisch. Also, kurzer Einschub. Ich habe ja jetzt in den letzten Wochen viel über ein neues Star Trek gemeckert und das wird einem dann manchmal so ausgelegt wie, ja, ja, damals war alles besser. Nein, guckt euch zum Beispiel diese Folge an, wie fürchterlich hier gesprochen wird und inszeniert wird. Das ist kein Deut besser als das, was heutzutage uns serviert wird. Das ist auch ganz schön starker Tobak. Vielleicht sind sie in den Habak gegangen, die Autoren. Das ist Habak, nicht Hanuk. Was habe ich vorhin erzählt? Habak. Der Habak ist so eine Art begehbare Humidor. Ja, da gehst du rein und dann hast du Visionen, weil das machen ja auch alle von diesen Leuten. Und also gehst du dann rein und dann gibt es halt die Visionskeule. Und da hat er halt den Wesley Crusher gesehen. Und Wesley versteht natürlich nur Bahnhof, aber er, ja, ich weiß, warum du da bist, Wesley. Du willst für dich Antworten finden. Und dann geht er erst mal weg und schön Bahnflöte im Hintergrund. Wir gehen jetzt zum Jean ins Quartier und hast die Beverly und sagt, ich weiß nicht mehr, was ich mit dem Jungen machen soll, Jean-Luc. Sein Vater muss mal mit ihm sprechen. Ja, Jean-Luc ist ja so eine Ersatzvaterrolle im Grunde. Möchte das erst mal ein bisschen beschwichtigen. Sagt, na ja, guck mal, der ist jetzt, als junger Mann ist er zurückgekommen. Als Kind ist er gegangen. Jetzt ist er ein junger Mann, junger Erwachsener. Das ist natürlich nicht einfach für ihn. Nee, sagt Beverly. Der ist ja, steckt ja mehr hinter. Also der Zwischenfall mit Jordi eben. Das passt überhaupt nicht zu ihm. Dann, oh, seine Noten werden immer schlechter. Und wenn er sich nicht anstrengt, dann bleibt er sitzen oder fliegt raus demnächst. Also blauer Brief ist schon gekommen. Jean-Luc, du musst mit ihm reden. Dem fehlt die Vaterfigur. Du musst mit ihm reden. Ich kann das nicht. Das ist etwas, was ein Junge, nein, ein Mann mit einem anderen Mann diskutieren muss. Ja, auch dieser Ersatz fällt in dieser Folge. Das ist echt stark. Also ich weiß auch nicht, was hat, das hat doch Ron Moore geschrieben, Simon. Was war denn los mit dem? Weiß ich nicht. Sag mir das doch mal. Was ist der irgendwie Treppe runtergefallen oder so? Ich meine, kann ja jedem mal passieren. Aber irgendeine Erklärung muss es doch geben. Es war Ron Moore, Simon. Ich glaube, der wollte was anderes mit der Folge sagen. Ich glaube, der wird die auch heute nicht mehr so machen. Okay. Naja, also der weise Jean sagt dann natürlich, der Wesley, der muss auch unsere Hilfe wollen. Deswegen, wenn ich jetzt zu ihm gehe und mit ihm spreche, dann entfremden wir ihn noch mehr und jetzt ist der Simon gerade geschrumpft. Also das sagt der Jean nicht. Sondern der Simon hat gerade seinen Stuhl einfach runtergestellt. Der macht es sich jetzt gemütlich. Ja, es ist so eine gemütliche Folge. Es ist eine gemütliche Folge. Ja, da geht's aber. Du machst es dir halt gemütlich. Obwohl, jetzt wird es wirklich gemütlich. Wir schalten jetzt nämlich ins traditionelle Star Trek Dörfli. Der Wesley, bewohnt von diesem Stamm auf Deveron 5. Der Wesley beamt da jetzt runter und läuft da über den staubigen Boden. Ja, ist natürlich so, nee, schlecht gelaunt. Und da trifft er wieder den Lakanta. Und, ah, du schon wieder. Ja, ich schon wieder. Hier Bestimmung suchen und so. Okay, Habak hast du gesagt. Was ist denn der Habak? Und der Habak ist heilig. Das ist für uns ein heiliger Ort. Sagt der Lakanta. Da werden, halten wir unsere Rituale und Zeremonien ab. Ja, was heißt denn heilig überhaupt? Sagt der Wesley. Was heißt denn heilig? Ja, alles. Alles hier ist heilig. Das Gebäude. Das Essen. Der Himmel. Der Staub auf dem Boden. Und auch du, Wesley. Und der Koyote. Und ob du daran glaubst oder nicht. Nicht, du bist heilig hier. Finde ich alles okay. Also ja, das ist halt die Einstellung von Lakanta. Oder ist es überhaupt Lakanta? Ist eine andere Frage. Aber es ist seine Einstellung. Alles ist wundervoll. Alles ist heilig. Eben. Denn, Simon, Lakanta rückwärts heißt Adnakal. Und jetzt kommst du. Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist ja eine Enthüllung. Ja. Komm ich gar nicht mit klar. Ja, also pass auf. Weil du heilig bist, sagt er, musst du dich selbst respektieren. Nee, mir geht's scheiße. Ich hab hier Pubertät und alles. Ich kann mich gar nicht respektieren. Na, sagt der Lakanta. Dann komm mal mit. Dann gehen wir auf eine chakotische Visionsqueste, wir zwei beiden. Sehen wir das alles ein bisschen zu zynisch? Ich mein, eigentlich ist es ja schon, ne, also ich glaube nicht, dass Ron Moore sich hier über Rituale und den Glauben von amerikanischen Ureinwohnern lustig machen wollte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und okay, ich muss jetzt mal, ich mach jetzt mal zwei Schritte zurück von meinem Zynismus, den ich bisher in dieser Folge angelegt habe. Und stell mir die Frage, wie wär das, wenn das jetzt einfach, wie sonst in Star Trek, einfach eine Alien-Kultur wäre, die keinerlei irdische Verbindung hätte und die dann solche Sachen vorbringt. Ja, dann wär's wahrscheinlich nicht so schlimm. Und da ist man auch komisch darin, dass man das dann nicht schlimm findet, ne? Wenn da die Klischees drauf projiziert werden. Genauso wie wir es nicht schlimm finden, wenn auf die Ferengi alles projiziert wird, was am Kapitalismus schlecht ist. Simon, da machen wir jetzt mal ein Ding auf über die Kulturen in der Star Trek-Galaxie. Da weiß ich auch nicht. Ja, aber du hast recht. Ich müsste es wahrscheinlich einfach jetzt mal versuchen, für den Rest der Folge unzynischer zu sehen. Oder worauf möchtest du hinaus? Ja, ja, also vielleicht schaffen wir das ja. Lass uns mal einfach davon ausgehen, dass das hier nicht peinlich ist, sondern eher, ja, das ist eine Verbeugung vor diesen Ritualen. Mal schauen. Also, jetzt sind die erstmal unterwegs. Und wir schalten dann nochmal in den Verhandlungsraum. Da hat der Anthwara gesagt, so, ich hab drüber geschlafen. Und die Antwort ist, nein. Tja, das ist schade, sagt der Jean, denn das wird bedeuten, dass ich euch jetzt hier, dass wir das irgendwie anders lösen müssen. Und das ist nicht so schön. Aber jetzt kommt der Anthwara plötzlich mit so einem dicken Ding um die Ecke. Was sagt Ihnen der Pueblo-Aufstand von 1680? Kennen Sie den? Und dann kommt History-Buff Diana um die Ecke. Das fand ich mal eine starke Überraschung. Stark, ja. Ja, sagt sie, kenn ich. Habe ich mich neulich eingelesen. Da sind indigene Stämme. Die haben aufbegehrt gegen ihre spanischen Besatzungsleute da und haben sie rausgeschmissen. Da, wo übrigens heute New Mexico ist. Die Spanier haben sich fürchterlich gerächt an den Ureinwohnern, sind zurück, haben da ein Massaker angerichtet. Und einer der anführenden Soldaten dieses Massakers, der Spanier, war der berühmte Javier Maribona Picard vor 700 Jahren. Das heißt, einer der, ja, dieser Killer, die da hingekommen sind, um die Ureinwohner auszulöschen, ist ein Verwandter vom Jean. Ein früher Verwandter vom Jean. Der sagt jetzt, ay caramba, ich bin gar kein Franzose. Das habe ich mir auch gedacht. Exakt, das habe ich mir auch gedacht. Ja gut, das ist Frankreich, Spanier, Hauptsache Madrid. Ja. Und sagt mir nichts, der Mann. Ist ja auch schon lange her. Und, weißt du was, hat er ja auch recht, ist ja auch lange her. Was hat er damit zu schaffen, dass der Javier das gemacht hat, ja. Vielleicht heißt er auch gar nicht Jean-Luc. Vielleicht heißt er Jorge. Juan-Luc. Juan-Luc. Ja, genau. Juan-Luc Picard. Ja. Picard. Juan-Luc Picard. Für alle, die sich diese Frage stellen, hat es diesen Javier-Marie-Bona-Picard tatsächlich gegeben? Nein, es hat ihn nicht gegeben. Es hat sicherlich solche Leute gegeben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber nicht eben den Javier-Marie-Bona-Picard. Das ist eine Erfindung der Folge. Aber der Antwara macht jetzt auch dieses Ding auf. Das ist jetzt natürlich auch wieder was Magisches, so eine Bestimmung. Du bist jetzt hierher gekommen, weil die Blutschuld, die auf deiner Familie lastet, von vor 23 Generationen, zählt das uns auch vor, von vor 23 Generationen, die lastet auf dir. Und deswegen hat dich dein Weg hierhin geführt. Das ist ja ganz klar. Also magischer Glaube ist in dieser Folge stark auch irgendwie, ne? Magischer Glaube ist stark. Das ist eben dieses Kulturelle. Man weiß ja nicht, inwieweit das tatsächlich so verbreitet ist. Also diese Art von Glauben. Aber wenn ich jetzt der Jean-Luc gewesen wäre, hätte ich gesagt, das tut er ja im Grunde auch. Also er sagt, ja gut, nee, ich bin da nicht schuldig. Also ich hätte dann tatsächlich gesagt, bei allem Respekt und bei der ganzen verfahrenen Situation, hätte ich dann gesagt, okay, und jetzt kommen wir mal wieder auf eine rationale Ebene zurück. Weil das mag jetzt stimmen oder nicht stimmen, aber was so ein Typ mit einem Doppelnamen, wo zufällig meiner drin ist, vor 700 Jahren gemacht hat, du, sorry, da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Er hätte ja jetzt auch mal hochbeamen können und die eine JF anrufen und sagen können, weißt du was, schick mal den Jellicoe. Ja. Schick mal den Jellicoe. Ja, eigentlich. Die da unten, die wollen da jetzt so eine persönliche Sache mit mir als Captain der Enterprise draus drehen. Lass uns diesem magischen Narrativ den Wind aus den Segeln nehmen, indem wir jetzt einfach einen anderen Käpt'n mit einem anderen Raumschiff hinschicken. Ja, die haben sich ja richtig Mühe gegeben, also diese Antwara, um diese Parallele rauszufinden. Ja. Und eigentlich ist das jetzt ein Verhandlungsnachteil auch für den Genre, der auch wirklich unfair ist. Ja. Wenn du es mal so siehst und ja, eigentlich ist er jetzt persönlich befangen und schlechte Idee. Ja, vor Gericht würde der Prozess jetzt platzen, dann musst du alle nochmal neu bestellen. Deswegen würde es dazugehören, dass du nochmal jemand anderen jetzt da hinschicken musst auch. Aber Sebastian, man möchte ja das Blutgießen auf jeden Fall vermeiden und deswegen. Blutgießen? Was ist das? Das ist das, was sie Blei gießen? Das Blutvergießen. Man möchte nicht, dass das Ganze ausartet in eine gewaltsame Auseinandersetzung. Ach, ich möchte mal mit dir Silvester feiern, dann machen wir Blutgießen um 23 Uhr. Unten auf dem Planeten, Worf guckt sich schon mal so um, was man für den Fall des Falles hier alles machen muss. Und plötzlich tauchen Karasianer auf, plötzlich tauchen so vier Karasianer auf, die sich das alles so ein bisschen angucken. Auch schön drapiert, ja, stehen auf so einer Hühnerleiter irgendwie. Und wir sehen den Gal Ivek da stehen. Sein zweiter Auftritt nach Playing God. Hier bekommt er seinen Namen, Gal Ivek. Und es ist wirklich der Mega-Crossover-Charakter Ivek, den wir hier das zweite Mal sehen. Auch in seiner zweiten Serie, letztes Mal bei DS9, jetzt kommt Voyager. Jetzt kommt Deep Space Nine. Jetzt kommt Next Generation. Leg mich doch am Arsch! Mann, ey! Jetzt kommt Next Generation. Und demnächst kommt auch noch Voyager. Das schneide ich nicht. Das lasse ich so drin, wie es jetzt aus mir heraus... Sehr gerne. Das ist natürlich ein dickes Ding, dass die Karasianer sich schon da aufhalten, bevor die Leute überhaupt evakuiert sind. Naja, die sagen aber auch, warum sollen wir hier weggehen? Es gehört doch hier uns. Es ist ja eh schon entschieden. Dass die überhaupt noch da sind, ist ja ein dickes Ding. Der PK spricht jetzt mit dem Gal Ivek, ziehen sich so zurück in so ein Häuschen nebenan. Und der Jean sagt auch, komm, geht doch bitte nochmal weg. Wir sind hier gerade noch dabei, mit denen zu sprechen. Und wenn ihr jetzt hier seid, das macht die Situation nicht einfacher. Dann kommen sie nochmal beiseite. Jetzt stellen sie sich mal unter vier Augen. Reden die ja nochmal unter vier Augen, der Gal Ivek und der Jean. Warum seid ihr überhaupt noch hier? Wir wollen das doch hier untersuchen. Ja, wir gehen nicht. Ja, aber die sind noch unter meiner Obhut, unter meinem Schutz, solange die noch hier sind. Und ich werde die auch beschützen, die Leute, solange die noch hier sind. Soll das eine Drohung sein? Und dann fängt jetzt dieses karassianische Selbelrasseln wieder an. Was da passiert? Nee, nee. Das ist einfach nur eine Tatsache, sagt der Jean. Und lässt sich nicht so gut an mit dem Gal Ivek da jetzt gerade, ne? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also die Situation ist schon angespannt, ne? Aber immerhin dürfen die jetzt noch nicht da irgendwelche Leute belästigen oder die erschießen gar, sondern sie dürfen halt einfach nur sagen, komm, da stehen drei Hütten, hier vier Hütten, da hinten Replikator und so weiter. Jetzt kommen wir in den Habak. Das ist so ein dritten Stock oben irgendwo in einer dieser Hütten. Ja, so eine Räucherkammer, kannst du sagen. Also gehst da rein, in der Mitte ist so eine Brennstelle und da ist so ein Pott. Und der Lakanta, der sprüht da Kräuter drauf. Ja. Was man halt so haben muss, um in einen Halluzinigen, ähm, Halluzin... DMZ, Simon, DMZ. Um in einen DMZ-Zustand zu kommen. Ja. Was ist denn heute los, ey? Und, äh... Ja, so ist das dann, ne? Dann wird das jetzt gemacht. Angeblich sieht man, wenn die da so hochklettern, einen Boom-Operator dann da mitten im Bild stehen. Habe ich nicht. Ich habe es mehrfach zurückgespielt, habe keinen gesehen. Boom-Operator. Boom-Operator. Habe ich nicht gesehen. Was Wesley aber sieht, ist so ein Klingone, was da steht. Und dann habe ich mal hingeguckt, was meint der denn? Und da steht so ein Ding, das sieht auf den ersten Blick eigentlich aus wie ein Dalek, aber obendrauf ist so ein winziger Klingonen-Kopf. Also wirklich ein Riesenkörper. Und obendrauf sitzt so ein kleiner Appel. Und das ist so leicht klingonisch angehaucht. Und dann sagt der Lakanta, ja, ja, wir haben ja alle, auch die Ferengi, die Vulkaner, die schicken alle ihre Geister hin. Auch den Bär und den Kojoten und den Papagei. Und das, Simon, ist jetzt kein Klischee von mir, denn das sagt er wirklich. Das sagt er wirklich. Das habe ich nicht dazu gedichtet. Diesmal den Kojoten. Hat der Wessi da noch irgendwas anderes gesehen in seiner? Also der Raum wird irgendwie größer. Und ja, jetzt beginnt er diese Vision zu haben. Bevor wir aber sehen, was er da sieht und wen er dann trifft in seiner Vision, schalten wir nochmal kurz zum Käpt'n, der jetzt mit der Necheyev redet. Per Funk rufen sie sie an aus dem Ready Room. Und er sagt hier, die gehen nicht. Können wir ihm gleich sagen können. Und ruf doch nochmal hier so eine Sitzung ein. Und ja, habe ich schon gemacht. Habe ich alles schon versucht. Die haben Nein gesagt. Du hast deine Befehle. Also jetzt lässt du den Necheyev-Hartarsch irgendwie raushängen. Und auch die Tatsache, dass er dann von dem Maribona dann anfängt, wie er glaube ich heißt. Das ist auch egal. Das ist egal. Aber was die Szene uns zeigt, ist tatsächlich, dass Necheyev auch alles versucht hat. Also das wird hier auch nochmal ganz deutlich gesagt. Die findet das auch nicht geil, was da passiert. Und auch sie findet, dass man das eigentlich anders lösen müsste. Aber ist kein Durchkommen. Also diese Treaty ist einfach wichtiger als das Wohlergehen der Kolonisten. Und dem Bill gegenüber hadert der Jean jetzt auch nochmal mit seiner dunklen Vergangenheit. Das dunkle Kapitel in seiner Familiengeschichte. Und ach, werde ich das jetzt wiederholen. Das ist halt schon alles sehr weit hergeholt, was wir hier sehen in dieser Folge. Die ganze Ausgangslage ist weit hergeholt. Aber dass man jetzt dem Picard irgendwie so ein dunkles Kapitel seiner Familiengeschichte andichtet, ist auch sehr weit hergeholt. Und es sollte auch nicht das letzte Mal sein. Ja, in der Tat. Ja, aber Jean entscheidet sich dann halt auch. Jean sagt, ja, ich kann ja auch nichts machen. Worf, komm mal rein. Beginn mal mit den Vorbereitungen, die Einwohner von Dormann V wegzubieben. Das ist eine schwere Entscheidung, aber wir müssen das jetzt machen. So, zurück in den Habak. Wesley sitzt da vor den glühenden Kohlen und schwitzt. Und man hört den Herzschlag. Und dann dachte ich, ach, das Geräusch kenne ich. Ich glaube, Bill wird gerade wieder dümmer. Der vergisst wieder, dass er irgendwie die Sternenflotte anfangen muss. Nicht schon wieder. Oh Gott, nein. Dieses Geräusch wieder. Ja, aber dann kommt das, was du vorhin schon gesagt hast. Eine Rauchwolke steigt auf und die Kameralinse zieht sich in die Länge. Und dann steht der Wesley in einer nächtlichen Visionsfassung des Dörfries. Er ist nicht mehr im Habak, er ist auf dem Dorfplatz unten. Aber er ist nicht alleine. Wir sehen einen Sternenflottenoffizier, der aber eine Uniform der Generation davor anhat. Ja, so eine rote Coak-Uniform aus den Filmen. Es handelt sich um Jack Crusher. Jack R. Crusher. Also den Ehemann, den verstorbenen Ehemann von Beverly Crusher. Und, oh, Vater, was machst du denn hier? Das ist ja ein Ding. Ja, sagt der Jack, schön, dass du da bist. Und toll, was du alles erreicht hast. Also deine Reisen, die du bisher gemacht hast, finde ich richtig schön. Aber du musst deinem Weg folgen. Ja, du hast jetzt das Ende erreicht, deine jetzige Reise. Jetzt musst du deinen Weg finden. Und folge nicht mehr mir. In Klammern, geh nicht Richtung Sternenflotte weiter, sondern sieh mal zu, dass du deine Wesley-Bestimmung findest. Und viel Glück. Du verziehst das Gesicht, Simon. Warum? Ja, was passiert denn gerade hier? Was passiert gerade hier? Wir wissen ja, dass Lakanta nicht Lakanta ist, sondern jemand, der den Wesley Crusher erleuchten will. Ihn mitnehmen will auf eine große Reise. So ein Hard-Cue, der halt Vash mitnehmen will, um ihr das Universum zu zeigen. Wird Wesley Crusher hier manipuliert? Das heißt, die Frage ist, ist das wirklich der Geist von Jack Crusher, der hier heraufbeschworen wird? Nein. Oder ist das nur eine andere Form von Lakanta, die jetzt da spricht? Ja. Zum Wesley. Ja, ne? Weißt du, warum man das auch merkt? Ich finde, Simon, der spricht nicht wie ein liebender Vater, der seinem Sohn wieder begegnet. Denn der steht da stocksteif, wie ein Bügelbrett steht er da und sagt, deine Reise, mein Sohn. Du hast sie begonnen. Du musst den Pfad finden. Folge mir nicht mehr weiter. Statt dass er den einfach mal in den Arm nimmt und sagt, Junge, du bist irgendwie groß geworden und ich bin hier total davon gerührt, dass ich dir auf diese Art und Weise wieder begegne, erzählt er halt auch so gestellsten Gespenster-Mambo-Jumbo. Er ist wie eins der Wurmlochwesen. Ja. So spricht er, so salbungsvoll. Also fehlt nur noch die Milchsuppe um ihn herum. Dann wäre das Bild absolut perfekt. Meine Frage ist nicht, ob der ein Geist ist, weil natürlich ist er kein Geist. Es gibt keine Geister. Aber ist er vielleicht ... Ronin? Ronin? Ja, okay. Gelegentlich dann schon mal. Aber er hat nicht so einen Ronin-Vibe, finde ich. Die Frage ist eher, kommt diese Vision aus Wesleys Inneren? Also ist das quasi eine Manifestation von dem, was Wesley fühlt? Ich glaube, das ist das, was uns die Episode sagen will. Oder ist es eben der Lakanta, hier noch als Lakanta bekannt, und der da den Wesley in die richtige Richtung schubst. Also das ist ... Ich finde es halt so ein bisschen strange, was da passiert. Aber gut. Ja, Koschei ist was anderes. Ich möchte auch, wenn ich Wesley wäre, und ich hätte so eine Geschichte, hätte meinen Vater im frühen Alter verloren. Und okay, den da mal wiederzusehen und mit dem zu reden, das kann ich mir vorstellen, dass das dann ein Wunsch ist, den man so hat. Aber dann möchte man auch mit dem Echten reden und nicht mit so einem Mummschanz, der dann da passiert. Aber was weiß ich schon. Es ist auch reichlich komisch. Gut, er spürt ja schon Dinge, er ist ja schon deprimiert oder so. Aber trotzdem ist es komisch, sich von so einem Tagtraum da den Lebensweg entscheiden zu lassen. Also das ist schon ... Das spricht nicht gerade für den gefestigten Charakter eines Wesley Crusher, dass er so einen Mummschanz braucht, um dann über seinen zukünftigen Lebensweg zu entscheiden. Also ich finde es halt einfach ... Ich weiß nicht. Also irgendwie, es wirkt für mich nicht so wirklich. Ich finde es auch ein bisschen ... Und da sind wir schon wieder in dieser Grundsatzkritik, die wir so ein bisschen fahren gegen die Episode, auch ein bisschen geschmacklos, so den Ritualen der amerikanischen Ureinwohner gegenüber, dass du das dann für so eine Story verwendest. Und so, also ich finde es einfach nicht ... Es ist einfach nicht ... Die Geschichte ist einfach nicht rund, die knarzt überall und kommt auch noch mit so irgendwie, weiß ich nicht ... Kommt einfach nicht sympathisch rüber alles. Nee, das ist so. Magischen Indianer hier. Und das, finde ich, ist ein Bild, das ist tatsächlich ... Da können wir uns doch mal langsam von verabschieden. Da hätte man sich auch schon 1994 von verabschieden können, ohne dass man irgendwie sagt, ja, komm, weißt du, muss jetzt auch nicht das Jim Knopf und Lukas der Lokomotiv-Führer-Buch umschreiben, weil wir ja jetzt mehr wissen. Nein, wir waren 1994 schon weiter. Der mit dem Wesley tanzt. So riecht das ja alles. Ja. Wir sind im Dörfli. Der Wesley konfrontiert jetzt den Worf. Worf, was machst du denn da? Ja, wir wollen jetzt hier rausholen. Das kannst du nicht tun. Da hab ich gedacht, warum denn nicht? Also, was sind jetzt Wesleys Steaks in dieser Kolonie? Der hat doch bisher nur mit dem Lakanta in der Räucherbude gesessen. Wieso ist jetzt Wesley auf einmal Team Anthwara? So wie ich das sehe, hat er mit dem Anthwara noch nicht eine Minute verbracht, mit dem noch nichts gesprochen. Aber das Lied singt er jetzt auf einmal und sagt, das können wir nicht machen. Es geht jetzt darum, dass Wesley zum ersten Mal seinem Herzen folgt. Diese ganze Akademie-Geschichte war nicht richtig für ihn. das ganze Rumgeeier da mit Data und mit, wie hast du denn noch, unser Lieblingschef-Ingenieur? George. Das war all, nee, der davor, der mit den Steinen. Ja, genau, Leland T. Lynch und so. Das war alles nicht der Wesley, sondern der in Wirklichkeit wollte eigentlich schon immer zu den Sternen reisen, transzendieren. Und jetzt geht es einfach für ihn darum, er sieht ein Unrecht, das hier passiert. Und ja, er ist null darauf vorbereitet, weil er hat sich noch nicht einmal zu der Situation geäußert. Und möchte jetzt sagen, nein, ich bin nicht mehr Starfleet, ich stehe hier zusammen mit diesen Leuten. Das ist ganz schön schlecht geschrieben. Ja, ist es. In der Tat. Das ist ganz schön schlecht geschrieben. Wesley ruft ihn dann auch zu, seht ihr nicht, was sie mit euch machen wollen? Die wollen euch hier rausholen. Und dann bildet sich auch so ein wütender Mob mit Mistgabeln und Fackeln und dreut und winkt. Und am Rande steht dann der Lacanter wie der Strippenzieher und guckt dem Ganzen so zu, als wollte er sagen, ha, 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 mein Plan geht auf, was ich mir vorgenommen hatte. Puh, okay. Für die Aktion gibt es jedenfalls einen gewaltigen Einlauf von der Vaterfigur, dem unvergleichlichen Jean-Luc Picard. Also der hat den Wesley jetzt da stehen und scheißt den richtig zusammen. Sag mal, tickst du nicht ganz sauber? Was machst denn du da? Du kannst doch nicht einfach hier so eine angespannte Lage noch wesentlich schlimmer machen. Hier unsere Strategie den Leuten da unten verraten und ich möchte jetzt eine Erklärung haben. Sofort. Inexcusable. Nennt er es auch, was der Wesley da gemacht hat? Ein wunderschönes Wort. Unentschuldbar. Ja? Unentschuldbar. Ist es falsch, was ihr da unten macht? Ja, aber meine Befehle sind trotzdem falsch. Bla, bla, bla. Was ist denn los eigentlich mit dir? Jetzt reden wir noch mal wieder über die Uniform der Wesley, wie in der letzten Folge The First YouTuber war. Da musst du doch mit Pflicht was zu tun, wenn du die anhast. Da musst du gehorchen. Ja, dann ist das eben nicht mehr meine Uniform. Dann lege ich hier mit meiner Ämter nieder und lege ich dann seine Knarre und seine Polizeimarke auf den Tisch und geht raus. Und dann musste ich wirklich lachen, weil direkt nach diesem Abgang funkt der Bill den Jean an und sagt, Getton, Gallyweg möchte sich mit Ihnen treffen. Und dann guckt der Jean so einmal kurz nach unten und dann habe ich so, I feel you. Nur Probleme und die Situation wird immer schlimmer. Ja? So eine ausführungslose Situation, dann plötzlich wird dir so ein alter Vorfahrer davor gehalten, ja? Jetzt der Wesley, der ganze Stress mit Beverly danach und jetzt will auch noch Gally wegkommen. Was ist das für ein Tag? Weckt sich der Jean jetzt. Und es gibt solche Tage. Ja, natürlich. Ich hätte es fast schon gefeiert, wenn er jetzt noch mal die Nechayev angerufen hätte und gesagt hätte, wisst ihr was, ihr könnt euren Scheiß alleine machen. Ich nehme jetzt, ich habe sowieso die letzten sechs Jahre keinen Urlaub genommen, mir stehen 180 Tage zu, ich nehme den jetzt. Das wäre tatsächlich sehr, sehr cool gewesen, ja. Ja, das hätte die Folge für mich komplett gerettet. Nechayev hätte ihn ja beruhigen können oder so, aber wie cool wäre so eine Situation gewesen, wenn der Scheu jetzt wirklich außer sich die Nechayev anruft und die so verdammt ist, dass die lachen muss. Ja. Also das wäre eine fantastische Folge, eine fantastische Szene gewesen, ja. Schade. Ja. Dir mache ich noch mal Kanapés. Dir mache ich noch mal Kanapés, ne? Wesley muss jetzt natürlich packen packen und erzählt dann auch seiner Mutter, die Sternenflotte ist nichts für mich und ich kann dich nicht aufhalten, dass wenn dein Leben wegwirfst, aber so erkläre es mir doch, ich habe Dad gesehen. Und Simon, auch hier ist wieder null Chemie in dieser Szene. Was die sich hier erzählen, das ist einfach nicht gut. Ich habe in einem Indian Ritual mitgemacht, habe Dad gesehen, ich hatte eine Vision, jetzt muss ich meinen eigenen Pfad finden. und wenn ich jetzt so Beverly wäre und Ärztin bin, würde ich mir so denken, ach du Schande, das gibt Arbeit hier, ne? Mhm. Er kriegt aber irgendwie die Kurve, also beide kriegen die Kurve und sagen, ja, ich wollte, wollte dich nicht enttäuschen, ich muss aber tatsächlich mein eigenes Ding mal durchziehen, das, was ich hier mache, das bin nicht ich, ich will mehr, ich will was anderes und ich bitte dich, Mutter, das zu respektieren. Und das ist ja eigentlich eine saukoole Idee, Sebastian, ja, dass der, da haben sie ja schon ein bisschen mit angefangen, mit der Starfleet, mit der Academy-Folge, wo Vessi auch mal Scheiße baut, einfach, ne? Aber wenn er jetzt so gesagt hätte, das, was sie auch mit Jake Sisko erzählen werden, ich bin kein Starfleet-Typ, ich will nicht in deine Fußstapfen treten, ich will mein eigenes Ding durchziehen. Aber so wie sie das hier natürlich machen, so mit diesem Übernatürlichen, das ist schon harder Tobak, ne? Ja, ja, zum einen dadurch, dass das jetzt so eine Zaubergeschichte ist, zum anderen, dass einfach keine starke emotionale Bindung zwischen Mutter und Sohn hier zu fühlen ist, wie zwischen Ben Sisko und Jake. Das ist, dadurch, dass wir das vor kurzem schon in der zweiten Staffel Deep Space Nine, bei einer Serie, die noch nicht so alt ist, schon plausibler und cooler und ohne Hokus-Pokus gesehen haben, ist das hier wirklich echt ein dicker Hund. Muss ich mal sagen, Simon, es ist wirklich ein dicker Hund. Ja, das ist so. Und jetzt haut die Beverly auch noch was raus. Pass auf, erinnerst du dich vor ein paar Jahren, ich glaube nämlich jetzt zu wissen, warum du dich zu höheren Berufen fühlst, sagt sie nicht, aber das meint sie. Vor ein paar Jahren, ganz am Anfang der Serie, da war doch mal der Kosinski hier, der Warpfield-Theorist und der hatte so einen Typen dabei, den Reisenden, ja genau, den Reisenden. Und der sagt, sie hat noch diesen unsterblichen Satz, er hat gesagt, du bist besonders, wie Mozart. Und da habe ich wirklich, das ist so verkürzt, das ist so bescheuert. Mein Junge, du bist wie Mozart, wie Einstein, wie Stephen Hawking, wie Paganini. Also das sind wirklich Dialoge, die sie vom Dialogbäumchen gepflückt haben, als die Früchte noch nicht ganz reif waren. Du bist wie Mozart. Und vielleicht ist das der erste Schritt für dich. So, jetzt möchte ich dich, Simon, nochmal mitnehmen in die Episode Where No One Has Gone Before Der Reisende, wo wir das gesehen haben mit der Mozart, diese Aussage des Reisenden. Um dir mal zu demonstrieren, was der Jean-Luc Picard auch für eine treulose Tomate ist, einfach nur. Der Reisende kam vorbei, zieht den Jean beiseite und unter vier Augen sagt er ihm, lieber Jean-Luc Picard, der Junge ist Mozart. Aber du darfst niemandem etwas davon sagen, vor allem nicht der Mutter, sagt er ganz deutlich. Vor allem der Mutter darfst du davon nichts erzählen. Und für Beverly ist das jetzt hier Common Knowledge? Sie kann das einfach sagen, ja, ja, hab ich mal gehört, du sollst Mozart sein. Der Picard hat das ausgeplaudert, hat, war das bei irgendeinem Frühstück, als es mal Croissants gab? Croissants gab? Wahrscheinlich. Oder hatten sie eine schöne Nacht miteinander und hat er dann gesagt, Beverly, ich weiß was über deinen Sohn. Er ist Mozart. Simon, also mir schwillt echt der Kamm und das Hirn und alles, wenn ich da zu lange drüber nachdenke. Er hat sich vergessen. Ja, okay. Ich glaube, der Jean hat sich vergessen, einfach hat das im Eifer des Gefechts mal zwischen zwei Frühstückscroissants hat er das rausfallen lassen und so. Scheiße. Darf ich eigentlich sagen, sagst du nicht weiter, wohl? Und vor gar, und gar nicht dem Wesley, bitte. Ja, es ist schon alles reichlich lustig in der Folge. Also muss man schon sagen, es ist so Bedeutungsschwanger irgendwie und die großen Themen werden hier ausgepackt und Genozid an Ureinwohnern und Spiritualität und die Suche nach dem Ich und der weitere Weg und so. Aber es ist halt schon alles Quatsch. Ein bisschen lächerlich. Quatsch. Es ist Quatsch. Und das ist schade. Aber es ist halt so. Mhm. Jedenfalls, Beverly gibt ihm ihren Segen. Sie sagt, alles gut, Wesley, ich liebe dich, egal was du machst. Also zwischen uns ist die Sache fein. Okay. Währenddessen im Dörfli? Ja, im Dörfli spielt sich ja die Lage dramatisch zu jetzt. Denn die Einheimischen haben so altertümliche Phaser. Angenehm altertümliche Phaser. So zu Kirks Zeiten oder so sehen die fast aus. Und die nehmen jetzt die Kadassianer gefangen, die dort Inventur noch machen. Worf sagt, was geht hier? Freunde? Ja, das ist nicht ihre Welt. Sie dürfen hier nicht sein. Und wir wehren uns auch. Wir verbitten uns diesen Vertrag, den die Föderation da ohne uns geschlossen hat. Und jetzt ist allerdings auch, muss man mal sagen, der Worf ist auch schon schön. Ist auch jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz hitzig wie am Anfang der Serie. Und funkt mal den PK an und sagt, hier, Chef, ihr, oh, oh, oh. Ja, die nehmen ja so Kadassianer auch tatsächlich gefangen. Also die werden jetzt unter Waffengewalt da festgehalten. IVEC schickt eine bewaffnete Einheit. Und jetzt ist natürlich, wenn da jetzt plötzlich anfangen, die Föderations, also diese Einheit auf die Ureinwohner zu bauen, es sind immer noch Föderationsbürger. Oder gegen Starfleet-Offiziere, die da unten stehen. Und das könnte in einem Konflikt münden, der diese ganzen Verhandlungen ad absurdum führen könnte. Schlimmer noch, es könnte ein Krieg entstehen dadurch, durch diese Sache. Und jetzt passiert das auf dem Planeten, das ist jetzt, da gibt es eine Action-Sequenz, da wird jetzt rumgeballert. Und der Wesley, der sagt dann, der sieht das dann, wie gerade so ein Kadassianer angeschossen wird. Und da sagt er so, nein! Und das ist so, als wenn er auf die Pausentaste gedrückt hätte, ja, bei einer Blu-Ray oder auch bei einem Streaming-Video oder bei einer Videokassette oder bei allem, was abläuft und man pausieren kann. Es bleibt alles stehen. Ja. Die Zeit bleibt stehen. Bei einer Videokassette wäre dann so ein Streifen da so durchgegangen, weil das ist nicht so ein perfektes Standbild. Wäre auch nett gewesen irgendwie. Der Kadassianer hängt in der Luft, wie er gerade in die Brust geschossen bekommen hat. Und dann setzt sich aber der Lakanta aus diesem Stillleben in Bewegung, läuft auch noch mit dem Kopf durch den Phaserstrahl durch, so als wäre es nichts. Mir nichts, dir nichts. Me nothing, you nothing. Geht er da durch. Ja, mein Junge. Guck mal, was du alles kannst. Das hast du gemacht. Du hast dich aus ihrer Zeit gezogen, wie er das formuliert. Ja, also du findest jetzt außerhalb dieser Zeit statt, deswegen ist da alles stehen geblieben. Habe ich nicht so ganz verstanden, aber irgendwie so. Und das zeigt Wesley, du hast den ersten Schritt gemacht. Einen Schritt auf eine andere Existenzebene. Ja, du bist dem allen da entwachsen und jetzt zeige ich dir einen Zaubertrick. Macht er. Und ist auf einmal der Reisende. Ja, der Reisende, genauso wie Gott ihn schuf. Wie Gott ihn schuf. Wird auch von demselben Darsteller gespielt, Eric Minjuk. Ja. Wäre mal fast für Data dran gekommen oder stand in der Auswahl. Asus? Ha, guck mal. Ich bin's. Ja, wie hast du das alles hier gemacht? Nee, 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 nee. Das kam alles von dir. Diese Erkenntnis kam von dir. Also wahrscheinlich auch die Jack Crusher Vision, die kam von dir. Ich habe dir nur die Tür geöffnet, zu dir zu finden, zu sehen, was du vermagst. Und jetzt bist du frei und kannst deinen eigenen Weg gehen. Vorher musst du mir noch einen Namen geben, sagt er. Dann sagt er, Weseli, ich nenne dich Mondenkind, Reisender. Und dann fangen wir uns jetzt mal an, ein Universum zusammen zu wünschen, während ich dann dabei langsam zum Bösen werde. Und dann nehmen wir noch so einen Indianer-Jungen von hier mit, der kann dann den Atreo spielen für die ganze Nummer. Warum fangen wir damit an mit der unendlichen Geschichte? Weil es eine wunderschöne Rückspultaste mit dem Thema gibt. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, rückspultaste.de. Sebastian und ich über die unendliche Geschichte, den Film und die anderen Filme, die es dann noch gab. Ja, und das Buch auch. Vor allen Dingen. Und das Buch hauptsächlich sogar. Das Buch, ja. Ja, nee, aber das war natürlich jetzt alles Quatsch, was ich hätte. So ein alberner Sebastian. So ein alberner Pillemann-Arsch-Sebastian, der sowas erzählt. Was sagt er wirklich, der Reisende? Ich öffnete nur die Tür für dich. Das kam von dir alles. Sagt er noch mehr vom Belang? Ja, er sagt, komm mit. Wir gehen jetzt zu fantastischen Orten. Komm mit mir ins Abend. Neuer Land. Der Eintritt kostet den Verstand. Und ich werde dein Führer sein. Ich werde dein Führer sein. Alles ist so ein bisschen seltsam, ist das einfach. Das ist schon speziell, ja. Was da passiert, ja, speziell. Es kommt die einzige richtig schöne Szene in dieser Episode, finde ich. Die beiden gehen einfach weg. Die Zeit läuft weiter. Und der Karasianer wird umgeballert. Finde ich tatsächlich cool, muss ich sagen. Denn es zeigt so, okay, der Westi will mit diesem Scheiß überhaupt nichts zu tun haben. Ja, die sollen sich gerne streiten. Diese komisch Stureinwohner hier und die Föderation. Und ich will damit nichts zu tun haben. Ihr könnt mich alle mal gerne haben. Ich gehe jetzt hier auf Hawaii in Urlaub. Ich habe aber das Bastian-Ding gerade nicht ohne, unendliche Geschichte-Ding nicht ohne Grund gebracht. Weil das hat auch ein bisschen was von so, ja, ja, lasst die Sterblichen sich jetzt mal bekämpfen. Wir sind was Besseres. Wir haben jetzt, wir gehen jetzt mal die Wunder erleben und gucken uns ganz tolle Sachen an. Scheiß auf die, die sich jetzt hier umbringen, ja. Wir sind schon die Elite hier im Universum. Die Aussage, die hier getroffen wird, ist natürlich prekär. Ja. Aber es ist eine schöne Szene. Ja, schon. Die unerwartet kommt, ne? Ja, ja. Ja, also selbst Q hätte vielleicht, wenn er einen guten Tag gehabt hätte, die Situation noch irgendwie gerettet oder so. Aber das macht der, der feine Herr Reisende macht das nicht. Nee. Ja, denkt er sich. Ob die auch Q anhalten können? Stehen die über Q in der Entwicklung? Oh, das ist jetzt so eine Fanfiction-Frage wie, was passiert, wenn die Borg einen Founder assimilieren? Wer ist stärker? Sowas wird man noch nie machen. Der Q oder der Reisende? Weiß ich nicht. Ist auch eigentlich, glaube ich, egal. Entschuldigung. Wie wird, wie, ich habe es vergessen. Wie endet das jetzt? Also der Kampf endet da unten und dann? Nee, der geht, der geht weiter. Und dann ist Abblende. Und dann gehen wir auf die Brücke. Und dann ist dieser Kennedy-Koschow-Moment auf der Brücke. Einer von uns beiden, Ivec oder ich eben, der Jean, müssen jetzt mal Stopp sagen, bevor hier die Atombombe geschmissen wird. Und dann ist der Ivec tatsächlich der, der zuckt, weil er schon zwei Söhne im Krieg verloren hat und nicht noch einen dritten verloren will. Und das ist dann auf einmal wieder, nach all dem Unsinn, ist das eine Szene, wo ich denke, ja, die kaufe ich. Das ist irgendwie plausibel, dass der Ivec das jetzt nicht will. Die Lösung ist tatsächlich auch gar nicht so doof. Der Anthwara hat sich auf folgenden Deal eingelassen. Er hat gesagt, wir bleiben hier, treten aber dafür aus der Föderation aus. Also wir sind eine eigenständige Kolonie, die auf diesem Planeten lebt, der unter karlasianischer Besetzung ist. Es darf keinen Kontakt zur Föderation mehr geben, tatsächlich. Auch kein, wahrscheinlich auch kein Handel. Denn das könnte ja dann wieder so gewertet werden, dass es sich um einen militärischen Außenposten handelt. Ja, oder dass sie da spionieren oder sonst irgendwie was machen. Nein, sie sind komplett für sich, auf sich gestellt. Und die Einzigen, die sie vielleicht fragen könnten um Unterstützung, sind eben die Karasiane. Weil es eben karasianischer Planet ist. Ivec ist damit einverstanden. Meint auch so, pass auf, ist eine faire Lösung. Ihr lasst uns aber in Ruhe. Und dann ist es gut möglich, dass wir euch auch in Ruhe lassen. Also da ist immer noch so ein bisschen eine Drohung drin. Du merkst auch, das Leben wird jetzt gefährlicher. Aber das ist, das kann ich anbieten, sagt Ivec. Da kann ich vielleicht die Leute zu Hause von überzeugen, dass das gut ist. Und so trennt man sich dann auch. Und der Anthwara hinterlässt dann nochmal einen Lob bei dem Genre. Und er sagt, guck mal, das Blut ist jetzt von dir gewaschen, von dem Javier Jorge Mariposa, die Picard, die Catalonia. Und dir geht es jetzt wieder gut und mir auch. Tschüss. Aber das heißt ja, dass es Jeans Idee war. Aber das erfahren wir nie, ob das seine Idee war, oder? Nee, erfahren wir nicht. Ja, nee. Also jetzt ist das aber geklärt. Wichtig ist natürlich für Voyager oder auch schon für die Ereignisse in der nächsten Folge. Es gibt da jetzt diese Wild-West-Kolonien von eigentlich ehemals Föderationsleuten, die sich unter kadassianischer Knute jetzt befinden, weil die auf der falschen Seite der Grenze leben. Und dann ist dazwischen auch noch die entmilitarisierte Zone. So ist das nämlich. Und es gibt halt eben auch andere Leute darunter, die nicht so sind wie der Amphara und das irgendwie okay finden, die Lösung. Sondern es gibt welche, die da auch sehr böse sind auf die Föderation. Weil die sich natürlich im Stich gelassen fühlen. Ist ja auch, ja klar, so ist das ja auch. Weil natürlich auch, so kriegen wir es dann ja auch gesagt, die Kadassianer sich nicht so zurückhalten. Eben, das sagt ja auch der Yvesque ganz deutlich. Der sagt, ich kann nicht für alle von uns sprechen. Also es gibt da auch Leute, die eben nicht so, die nicht so leicht verzeihen, wie ich es tue. Ja. Okay. Entschuldigung akzeptiert, Captain Neda. Jetzt gibt es noch die Verabschiedungsszene mit Wesley und Muttern im Transporterraum. Und der sagt, ja, ich werde jetzt mit dem Reisenden das Universum, werde ich mir anschauen auf anderen Bewusstseinsebenen. Vorher bleiben wir noch hier auf Dorwan 5. Weil das ist ja eigentlich ganz nett hier. So ein Western-Charme. Und deswegen studiere ich mal das Volk hier. Ha! Schon wieder lernen. Mensch. Dabei wollte ich doch gerade aus der Schule raus. Jetzt bedankt man sich nochmal rundherum. Und wie sich das für so ein herzliches Mutter-Sohn-Verhältnis gehört, entlässt sie ihn auch nicht mit den Worten, mein Sohn, ich liebe dich, sondern mit den Worten, zieh dir immer warme Unterbuchsen an, wenn du auf den anderen Bewusstseinsebenen unterwegs bist. Ho, 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 ho. Köstlich, ne? Tschüss, Jean. Ja, ja, mach gut. Und weg ist er. Beam weg. Und der PK darf dann noch ein bisschen linkisch die Beverly so am Arm aus der Transporterkammer ziehen. Und die Reise ist zu Ende. Ja. Der Ron Moore hat gesagt, ich war derjenige, der dafür plädierte, Wesley aus der Akademie rauszuholen und mit dem Reisenden loszuschicken. Denn ich fand es widersprüchlich, dass dieser Junge ein Physik-Mozart ist und dann den gleichen Karriereweg einschlägt wie jeder x-beliebige Star Trek-Kadett. Was sagt er weiter, Simon? Mir schien es, als würde er das nur tun, um das Andenken seines Vaters zu ehren und die Erwartungen PKs zu erfüllen. Nicht, weil es seine Bestimmung ist. In dieser Folge verabschiedete sich Wesley von diesem Pfad und konnte erhobenen Hauptes sagen, das ist cool, aber nichts für mich. Außerdem war es in dieser Folge eigentlich beabsichtigt, ganz klar darzustellen, dass die dorwanische, fünwische Kolonie die Heimatwelt des Fred Chakotay ist. Aber das wurde nicht ausdrücklich gesagt. Das können wir uns hinterher nur zusammenreiben. Könnte ja auch von Dorwan 4 sein, der Chakotay, ne? Ja, was dann bei Glas klar ist, dies ist die erste Marquis-Episode. Klar, die legt ja das Fundament, auf dem dann diese Geschichte erzählt werden kann. Aber ohne, dass der Name Marquis fällt, denn diese Vereinigung, die ist ja gerade jetzt in der Gründungsphase erst. Also die gründet sich ja jetzt in dem Moment. Haben sie geschickt gemacht. Also das finde ich tatsächlich sehr cool, dass das so dann auch weitererzählt wird, diese Geschichte. Sind wir jetzt nun beim Fazit angelangt, Sebastian. Eine Sache noch, das Verrückteste ist ja an dieser Folge, die letzten zehn Minuten erinnere ich, in der Ausstrahlungswoche in den USA gesehen zu haben, als wir dort im Urlaub waren. Also ab da in etwa, wo da dieses Gefecht passiert auf dem Planeten, meine ich, das hätte ich gesehen. Und ich glaube, weil es nur noch zwei, drei, vier, fünf Minuten waren, habe ich es nicht im Tagebuch festgehalten. Denn im Tagebuch steht nur, dass ich eine andere Folge in der Woche ihrer Urausstrahlung sah, nämlich das Ende, und ich zitiere aus meinem Tagebuch, das Ende einer Folge mit Quark und so einer Cardassianerin. Klar. Die haben wir auch neulich besprochen. Die haben wir neulich besprochen, ja. Siehste mal. So. Und dann, als ich die Folge das erste Mal in Gänze gesehen habe, da stand schon die Tochter auf dem Tisch, Simon. Denn danach kamen meine Oma und deren Mann und dann noch so ein paar Tanten und Onkels und so. Und dann haben wir Geburtstag gefeiert. Meinen 16. Geburtstag haben wir gefeiert. Ja. Das siehst du mal. Aber die kamen eher so um vier. Ich habe denen gesagt, lass sie nicht um drei kommen, vorher kommt noch Star Trek auf Sat.1. Kamen das um drei da? Ja, kann sein, ne? Ja. War es nicht mal um vier? Ja. Ah, ist auch egal. Auf jeden Fall. Ich meine, um drei kamen wir bei Bonanza und so. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall kamen die später. Ja, ja. Kamen später. 16. 17. Weiß ich nicht. Ja. Ja, schön. Ich verwende mit dieser Folge überhaupt keine persönliche Erinnerung. Null. Ich weiß nicht. Habt ihr auch gesehen damals, als sie ausgestrahlt wurde? Aber ich weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe. Wahrscheinlich dachte ich hinterher, oh Mann. Denke ja heute noch. Ich denke auch heute noch, oh Mann. Ich finde ja die Idee cool, dass Wesley jemand ist, der eben nicht diesen Genius-Weg weiterverfolgt. Also diesen, das stimmt ja nicht. Er verfolgt den ja tatsächlich weiter, aber der halt nicht jetzt so in Jack Crusher's Fußstapfen tritt und Sternenflotten Käpt'n wird. Das wäre zu naheliegend gewesen. Allerdings diese Geschichte, wo er, ja, sag ich mal, nicht seine Pubertät erlebt, aber auch die Schwierigkeiten und imperfekt ist, haben wir ja schon gehabt in The First Duty. Was? The First Duty? Heißt die Folge so? Die mit den Kadetten? Ja, ne? So. Und jetzt haben wir hier, ja, wir haben ja damals diese Geschichte mit diesem Reisenden gehabt, erinnert ihr euch noch? Und Wesley ist, hat irgendwie so eine besondere Gabe und das müssen wir jetzt irgendwie zu Ende erzählen. Und warum verbinden wir das nicht mit dieser Story, die, ja, diese Siedler-Thematik da, ne, als Groundwork von Voyager nimmt? Das ist alles, dagegen ist alles überhaupt nichts einzuwenden, wenn das Ergebnis nicht so, ja, so klischeebeladen wäre, auch teilweise so holprig geschrieben wäre, wenn Wesley nicht die ganze Zeit wie ein kompletter Unsympath wirken würde, bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich mit dem Reisenden dann, ja, verpisst. Es ist hier nicht mehr meine Verantwortung. Ich habe hier keine Funktion mehr. Können die Skadasianer ruhig umballern, ja? Er hätte vielleicht mit seiner Macht, hätte er das Leben retten können. Nein. Ich weiß ja nicht, ob der Tod ist, vielleicht war es nur ein Streifschutz oder so. Das hat mich alles nicht so überzeugt. Und das ist, ich glaube auch hauptsächlich durch diese klischeebeladene Darstellung. Und der Witz ist, Sebastian, ich mag das ja eigentlich total, diese Kultur. Und ich mag auch darüber zu lesen. Das finde ich alles wunderbar. Und ich finde diese, das, was damals in Amerika passiert ist, eine der, also wirklich ein schreckliches Verbrechen an der Menschheit, das viel zu wenig thematisiert wurde, was auch heute noch meiner Meinung nach zu wenig thematisiert wird und immer noch romantisch verklärt wird. Das ist tatsächlich ein Problem. Und damit meine ich nicht alte Filme, sondern dass man da heute noch so irgendwie dran denkt, wie, ja, guck mal hier, der Büffel und Manito und so. Deswegen haben wir auch ein bisschen darüber lustig gemacht am Anfang, weil das uns diese Folge hier auch sagt. Die sagt uns irgendwie, ja, die haben sich auch nicht wirklich weiterentwickelt. Die sind immer noch so wie früher. Das Einzige, was die irgendwie haben, sind, ja, jetzt Raumschiffe und Replikatoren und sowas. Und das ist dann, also das finde ich, das macht dann so ein Klischee auf, das man auch in den 90ern nicht hätte machen müssen, meiner Meinung nach, ja. Die haben auch nichts Zauberhaftes an sich oder nichts, wie soll ich sagen, nichts Romantisches oder sonst irgendwie was, sondern die wirken einfach sturköpfig und unfair. Also diese Geschichte mit Picards Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Vatter da und so. Also das funktioniert alles für mich nicht so wirklich. Das ist, ich gebe den Daumen nach unten. Du bist dran. Was finde ich denn gut an der Folge? Sagen wir mal das, ja. Ich finde die Necheyev-Szene am Anfang finde ich richtig gut. Wir nähern uns mal an, aber es ist immer noch hart und auch irgendwie awkward und so und das lässt sich nicht so ganz vermeiden. Das gehört einfach dazu. Aber toll gespielt. Alles, was mit Gal Ivec Richard Poe ist, ist super gespielt. Ich finde das Worldbuilding, was hier für Voyager gelegt wird, super geschickt und auch wichtig und gut gemacht. Das ist eigentlich, das sind wirkliche Eckpfeiler, die hier in den Boden getrieben werden für die neue Serie, die da kommt und das gehört auch irgendwie dazu. Aber dann echt wirklich jedes Klischee mitzunehmen, jedes Klischee vom Zauberindianer hier mitzunehmen und dann auch noch, was du schon gesagt hast, diesen schrecklichen Teil der Geschichte nicht zu thematisieren, sondern auch so zu romantisieren, ja, mit so einer Panflötenstimmung, das dann auch so einzufangen und nicht wirklich mal zu erzählen, dass das schlimm war. Stattdessen in so einer hanebüchenen Aktion, so einen Javier Jaramosa Picard aus dem Arsch sich zu ziehen, einfach nur damit der Picard dann da irgendwo sitzt und sich Selbstzweifel macht, die er sich im normalen Leben nie machen würde, wenn es um einen 23 Generationen entferntenden Vorfahren geht. Da steht er normalerweise drüber, da sagt er nicht, meine Familie ist irgendwie so besucht. Was ist mit dem los in dieser Woche, frage ich mich da. Schlimm, das Schauspiel zwischen Wesley und der Mutter, zwischen Wesley und dem Zauberindianer, zwischen Wesley und dem Vater, es ist schlimm, wirklich schlimm, das Schauspiel an dieser Stelle, ja, das lässt mich sprachlos zurück. Vor allen Dingen, wenn man erzählen möchte, dass der Wesley sich dem Reisenden anschließt und an so einen Punkt gebracht wird, wo er die Zeit stehen lässt, wo er keinen anderen Weg sieht, als die Zeit stehen zu lassen, das machen sie dann an diesem Gekäbbeler, auf diesem Planeten fest, anstatt irgendwie etwas zu nehmen, wo wir schon wissen, dass der Wesley eine emotionale Beziehung da hat. Vielleicht ein Warpkernbruch, vielleicht ist irgendwas mit der Mutter, vielleicht ist irgendwas mit seinem Ziehvater, dem Jean. Nein, es ist so ein Scharmützel auf diesem staubigen Dorfplatz, wo er ja nun wirklich keine Aktien drin hat, wo er dann rufen muss, nein, und dann ist er aus der, dann entkommt er so unserer Realität. Das finde ich ist so, so falsch auch einfach, was den Charakter angeht. Das hätte man so viel cooler und so viel in der Geschichte der Serie verankerter machen können. Ja! Und deswegen geht auch mein Daumen runter, trotz ein paar guter Szenen und trotz des coolen Worldbuildings. Aber das reicht nicht aus, mein Daumen geht runter. Ich habe jetzt auch noch quasi ein Ausrufezeichen von dir bekommen, für meine Bewertung, dass ich finde, dass die richtig ist, weil er schreit, nein! Also offensichtlich ist er ja emotional, will er diese Gewalt verhindern, die da passiert. Dann kommt der Erich, ja, und sagt, ey, komm, das ist eigentlich so wichtig und er sagt, ja, hast du recht. Und das ist ja auch total komisch, ne? Das widerspricht ja gegen alles, was er da gerade fühlt. Ja! Warum hätte er sonst nein gerufen und dann so eine, um die Zeit anzuhalten, da muss ja ein emotionaler Ausnahmezustand für ihn gewesen sein, ne? Dann ist ja diese uralte Geschichte, wie jetzt, jetzt hat er endlich die Power, um sich zum Wehrwolf zu verwandeln oder irgendwie, ne? Und dann ist das danach vergessen. Ja, und 30 Sekunden später, ach, ist mir egal eigentlich. 30 Sekunden, ja, komm, dann lass uns mal eben hier hinten da, es leuchtet so schön, da gehen wir da hin, ne? Das sind die Good Feels. Ja. Hm, ja, nee, also Respekt für die Ambitionen, aber leider gescheitert. Boah. Aber es war ja nur der Auftakt. Der Auftakt für eine Saga, Sebastian, die hier ihren Anfang nimmt. Und nächste Woche geht's auch direkt weiter hier bei Trek am Dienstag. Ihr wisst ja, Ausstrahlungsreihenfolge, welche Episode besprechen wir kommende Woche? Ja, wir besprechen sie in dreieinhalb Wochen. Ihr hört sie nächste Woche. Es geht weiter mit der Marquis-Saga in der Deep Space Nine Episode The Marquis Part One. Auf Deutsch? Der Marquis Teil 1. Ja. Vorher aber gibt's noch mal eine extra Portion Trek am Dienstag, wenn ihr wollt, nämlich in Form vom Trek am Freitag. Unser TNG-Abschieds-Special geht weiter. Drei Folgen durftet ihr schon hören. Jetzt kommt die vierte, Sebastian, von ... Sechsen. Ja, ja, schon. Aber die vierte Folge von ... The Way to the Deferon System. The Way to the Deferon System, ja. In diesem Sinne, schaltet am Freitag gerne rein. Wir werfen einen Blick zurück auf TNG. Wir nähern uns ja mit großen Schritten dem Ende. Es dauert nicht mehr lange. Dann haben wir es durch. Begleitet uns auf diesem Schritt. Unsere Reise, die ist noch lange nicht zu Ende. Die geht jetzt erst mal richtig los. Wir setzen uns jetzt richtig erst mal hin und schalten den zweiten Gang ein. Wenn ihr dabei sein wollt, kommt mit an Bord. Und ja, wir interessieren uns für das, was passiert. Wir sind nicht wie der Reisende und Wesley und sagen, pff, ist jetzt alles nicht. Ja, nee, wir sind ganz nah dran, wenn es nächste Woche heißt, der Marquis und bei vielen anderen Sachen auch. Es war schön, Sebastian. Ja. Ich bin fertig. Danke für diese Besprechung. Ich danke dir und ich danke auch euch fürs Einschalten und danke auch dem Kojoten. Bis Freitag. How? Eine galaktisch aus Ort 2023 Produktion.